Herzlich willkommen zu unserem Duskmon Pre-Release zusammen mit Wizards und Games Island. Unser Sponsored-Event, immer wenn eine neue Edition rauskommt. Wir haben acht Leute eingeladen, die wurden alle mit einem Pre-Release-Kit ausgestattet. Da habe ich sogar eins hier, greife ich mal kurz zur Seite. So sieht das Ganze aus, falls ihr es noch nicht kennen solltet. Da sind sechs Booster drin, ein bisschen Zubehör. Und aus diesen sechs Boostern muss man sich ein Deck mit mindestens 40 Karten bauen. Das sogenannte Sealed-Deck. Und ja, dann spielen die acht Leute, die eben erwähnten. Ein kleines Turnier gegeneinander. Wir werden das Ganze live begleiten. Kai und ich werden dann ein bisschen moderieren. Vielleicht kennt ihr das Event ja schon. Machen uns einen schönen Pre-Release-Nachmittag. Bevor dann halt so das richtige Wochenende, das Pre-Release-Wochenende auch erstmal kommt. Ja, stimmt. Ich bin super gespannt, Kai. Hast du denn schon so einen ersten Eindruck von der Edition, bevor wir hier mit unserem ersten Interview starten? Also ich habe jetzt ein paar erste Worte. Also ich meine erstmal, das Set ist sehr, sehr, sehr geil. Und ich möchte mich bei allen Is-It-Spielern entschuldigen. Denn in meiner Set-Review habe ich behauptet, dass vermutlich Is-It-Räume unspielbar ist. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Ich glaube, das ist nicht ganz so schlimm. Was ich aber jetzt gerade festgestellt habe, ich habe gerade in dem Anheiz-Stream sechs Seals gebaut. Ja, und da habe ich kein einziges Mal Blau gespielt. Also ich war immer irgendwie so. Also meine Anmerkungen wären Blau im Sealed eher unwahrscheinlich, aber zweifarbig ist auch eher unwahrscheinlich. Dadurch, dass man gutes Fixing hat mit den Common Lands und so, ist man doch meistens irgendwie dazu gebracht, dann noch eine dritte Farbe zu splashen, irgendwie eine Bombe zu splashen und so. Also das wären so meine Hot-Takes jetzt erstmal. Wenig Blau, viel Dreifarbigkeit oder mehr. Okay, interessant. Dann, äh, ich lasse das mal so stehen. Ich lasse mich heute überraschen. Ich freue mich einfach. Wir haben auch ein paar Decklisten. Wir werden nebenbei mal reinschauen. Und wie gesagt, wir machen vor jeder Runde ein kleines Pre-Interview. Damit starten wir jetzt einfach mal. Und wir können ja auch immer, hier Kai und ich können ja immer viele erzählen. Aber ich finde immer, wenn die Leute ein bisschen selber über ihre Decks erzählen, dann kriegt man da doch immer noch ein paar mehr interessante Infos raus. Oh ja, absolut, ne? Ja, und Runde 1, bevor wir mit Runde 1 starten, mal kurz ein Shoutout. Man sieht ja immer nicht 100, wir haben auch Backup-Matches, aber man sieht nicht zu 100% alle Leute im Stream. Also man kann es nicht garantieren. Deswegen heute mit dabei. Einmal die komplette Liste. Jens von Elder Demon Highlander. Bea ist mit dabei. Benze von Herumkommandiert ist mit dabei. Creamflash ist mit dabei. Hanna ist wieder mit dabei. Ormus von Magic Blocks oder bei uns aus dem Podcast ist mit dabei. Und Champion-Titelverteidiger Flo ist mit dabei. Also Übelstar. Ja, in der Moderation natürlich Kai nochmal. Hallöchen, ja. Das ist das komplette Team? Genau, ja. Ja, witzig, das von unserem Podcast. Also normalerweise hätte ich jetzt erwartet, dass Christian schon wieder im Chat ist und einmal ausrufzeichen Podcast eingetippt hat. Weil das macht er bei mir nämlich immer. Stimmt. Ach, übrigens, habt ihr eigentlich schon unseren Podcast gehört? Also den Chatbefehl haben wir hier auch. Also man kann hier nicht, sich nicht nur die Sealed-Regeln anschauen, wer mit dabei ist. Und man kann sich nicht nur den Link zu unserem Giveaway über den Chat holen, sondern auch unseren Podcast besuchen. Sehr guter Hinweis, sehr guter Hinweis, ja. Das kann ich ja noch abschließend sagen. Wie gesagt, wir sind ja in einem Sponsored-Stream. Die ersten Giveaways gehen dann immer mit dem Pre-Release online, beziehungsweise wenn dann bei mir auf YouTube die Unboxings kommen, könnt ihr immer drunter schauen unter die Videos in die Videobeschreibung. Dort findet ihr dann immer alle aktuellen Giveaways. Und jetzt gestartet ist gerade das Duskmon Playbooster Display Giveaway. Nice. Komplettes Paketchen. Könnt ihr euch eintragen über den Link im Chat. Den hatten wir auch schon ein paar Mal. Läuft auch ein paar Tage. Wie gesagt, wenn ihr gerade nicht könnt, auch über die YouTube-Videos. Die Tage findet ihr das dann. Und ja, so ein Paket geht heute auch an Platz 1 von unserem Pre-Release. Und ein Paket ist wahrscheinlich auch beim Kai angekommen, hoffe ich. Auf jeden Fall. Wenn wir gleich zwischen den Minuten ein paar Minuten haben. Genau, ich wollte gerade sagen, da können wir noch ein paar First-Pick-First-Packs machen, uns ein paar neue Karten angucken. Das ist ja auch immer ganz geil. Ist ja noch brandfrisch. Nee, warte, das heißt nicht so. Brandneu. Brandneu, genau, richtig. Oder frisch gemischt. Ja, wie auch immer. Genau irgendwas davon, richtig. Hervorragend. Ja, gucken wir mal. Dann jetzt wirklich Runde 1 das Interview. Wir haben Bea gegen Jens. Und wir holen als erstes Bea in die Moderation. Und dann wechseln wir jetzt nochmal das Bild zu Bea. Beziehungsweise ich hole Bea erstmal rüber. Da gibt es auf jeden Fall was zu sehen. Bea, hallo. Rüber gescheppert. Hallo, hallo. Oder sollte man Anna, Bea sagen vielleicht eher. Also es sieht sehr dollmäßig aus. Ja. Richtig geiles Outfit. Hast du ein bisschen Bock auf die Edition? Kann das sein? Ich habe unpassbar Bock auf die Edition. Als ich in Amsterdam die Länder gesehen habe, war ich einfach komplett hin und weg. Und seitdem freue ich mich eigentlich massiv. Es ist auch quasi schon Herbst. Also es ist perfekt. Ja, es ist schon quasi Herbst. Würde ich auch sagen. Was hast du denn für ein Deck für heute mitgebracht? Und wie zufrieden bist du mit dem Deck? Also ich habe aus Versehen weder einen Raktus noch einen Boros Pool aufgemacht. Außer See. Ja gut. Kann ja mal vorkommen. Und spiele heute blau-weiß. Und war am Anfang nicht so zufrieden, weil ich blau im Vorfeld als nicht so richtig stark eingeschätzt hätte. Ich glaube, mein Deck ist okay. Also es wirkt relativ synergetisch. Und ich bin halt jetzt gespannt, ob ich mich sehr schnell umkloppen lasse. Oder ob sich die Spiele halt, wie es bei Sealed eher üblich ist, ein bisschen in die Länge ziehen. Weil mein Deck ist okay, was so straightforward angeht. Ich kann aber, glaube ich, relativ viel Value irgendwie hinkriegen. Und bin gespannt, ob ich das auch darf. Ja, interessant. Wir haben eben in der Vorbesprechung schon gehört, blau ist schätzungsweise, wie du selber gesagt hast, vielleicht nicht die stärkste Farbe. Aber umso besser, dass wir es jetzt mal in Aktionen sehen können. Ich meine, Sealed Pool, man macht die Booster auf, man kriegt das, was in den Boostern drin ist. Das ist es halt, ja. Man kann nicht draften. Da muss ich jetzt durch. Genau, da muss man jetzt durch. Ich sag mal, hoffentlich macht es Spaß und kannst ein paar coole Matches haben, heute in den drei Runden. Wir quatschen noch ganz kurz mit Jens, aber dir schon mal viel Spaß, viel Erfolg. Kannst du schon mal ein bisschen erwischen. Und dann hören wir uns vielleicht später nochmal. Ja, bis später. Bis später. Oh, da bin ich auch gespannt. Da bin ich sehr gespannt. Ich wechsle mal hier die Kamera auf den Jens am Tisch. Wunderbar. Und dann ziehen wir den auch mal rüber. Sagen wir mal Hallo und hören, was der Jens zu sagen hat. Jens, grüß dich. Hi, wie ist die Lage? Gut, ich hab Bock. Ich hab Bock. Ich hab Bock. Klingt doch schon mal gut. Bist du schon eingeschüchtert von Bea? Also ich meine, das Outfit zumindest ist ja wahrscheinlich schon, da ist man direkt schon disadvantaged, oder? Ganz ehrlich. Ich bin kein großer Horror-Fan, deswegen auf jeden Fall ist das dabei. Ich hätte gerne lieber wieder die süßen Tiere vom Bloomberg da. Ja, das ist eher meine Welt. Okay. Ja, okay. Das war auch wirklich eine ganz andere Welt. Bloomberg, Duskmon, das war jetzt schon krass, der Unterschied. Was für ein Dek hast du uns heute mitgebracht? Also Farbkorb, Powerlevel, wie viele Rares sehen wir? Schwierig. Ich hab schöne weiße Rares dabei gehabt, aber zu wenige, deswegen ist am Ende dann noch ein bisschen schwarz reingekommen. Ich muss Glück mit den Ländern haben, dann kann es was werden, ansonsten mal gucken. Was man halt im Field manchmal hat, dass man so ein bisschen mutig sein muss. Wie gierig ist denn die Mana Base? Hast du ein paar Duoländer? Ich meine, es gibt ja auch diese 13 Leben oder weniger Duoländer. Da hab ich eins von, leider nur eine Passendfarben. Aber es ist nur ein bisschen zwei Karten und schwarz gesplächt. Von daher auch nur ein paar Sümpfe drin. Was hast du denn gesplächt? MeToo-Massaker? Nee, tatsächlich nur Removal und diese Spinner, die Sunforce Uncoming von Schwarz-Grün. Brutspinne. Den Brutspinner, ja. Oh ja, okay. Das Deck sieht schon gut aus, muss man sagen. Ich hätte mal zwei Mords gehabt, aber mit Doppelschwarz will man da nichts löchen. Nee, das verstehe ich. Aber das sieht tatsächlich auf jeden Fall, also ich hab mal kurz drüber geguckt, schon einige gute Rare. Du hast ja auch noch ein bisschen Fixing über den einen Raum, der dir ein Land raussuchen kann. Also ein bisschen was ist da ja schon an Fixing. Da Removal ist super, manche Karten ja sogar dreimal, manche Rares sogar doppelt. Also das sieht schon ziemlich gut aus. Hoffen wir aufs Beste. Okay. Was würdest du jetzt so im Vergleich mit den anderen Pre-Releases, die du schon gespielt hast oder Sealed-Events, so vom Power-Level 1 bis 10, wo würdest du das jetzt so erstes Gefühl ungefähr einschätzen? Schon über der 5, also über der Hälfte, oder? Über der 5 würde ich sagen, ich hab ein ganz gutes Gefühl, aber man muss erst mal ein paar Spiele spielen, um zu sehen, was der Rest so kann und das ist immer schwer. Also es kann, glaube ich, wenn ich einen guten Start habe, kann das ein Flott werden. Aber sonst muss ich noch 10. Ja, schauen wir mal. Weil ich meine, jetzt hast du gesagt, man muss mal ein paar Spiele spielen, dann würde ich sagen, machen wir das auch jetzt. Super. Runde 1 geht los. Auch dir viel Spaß, viel Erfolg. Wir können dann quasi sofort loslegen bei euch am Tisch und ja, vielleicht bis später. Bis später. Da wird die Kamera schon direkt umgeschaltet. Ey, hervorragend. Hervorragend. Absolut, ja. Geil, ich freue mich auf die erste Runde. Ich bin super gespannt. Also das Deck von Jens sieht mega, mega, mega strong aus. Der Splash ist sehr, sehr, sehr okay und relativ gut konsolidiert. Viele gute Rares dabei, aber auch einfach super viele Ankammons. Removal ist teilweise dreimal im Deck. Also das sieht schon... Du würdest auch sagen, auf einer Skala von 1 bis 10 über der 5 schon auf jeden Fall. Schon, äh, schon, ja, kratzt schon an der 9, würde ich sagen. Auf jeden Fall über der 5. Ja, ja, schon sehr gut. Oh, kratzt an der 9. Hätte ich zumindest gesagt, ja, ja. Ja, wir gehen auch direkt rein. Perfekt, ja, da sind wir schon. Wer mit der 3? Nicht ganz so stark. Ich glaube, Jens hat auch schon gewürfelt. Vielleicht ging es darum, näher an 3 zu sein. Oder gerade ungerade, Bär hat ungerade gesagt. Dann läuft das natürlich, ne? Ja. Geil. Oh, ich freu mich. Kai, was sagst du denn dazu, dass Bär heute UW mitgebracht hat? Das ist doch eigentlich nur nett, oder? Da bin ich ein großer Freund von. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr gespannt, ob Bär damit gut performen kann. Also der Punkt ist halt, dass Blau eher so eine, das hat Bär ja auch schon gesagt, eher so eine synergistische Farbe ist. Und das kriegt man halt besser im Draft als im Seed hin. Deshalb ist es seltener, dass Blau dann tatsächlich im Seed gespielt wird. Aber, ich meine, sie hat sehr gute Karten im Deck. Durchaus möglich, dass das hier, dass hier Blau mal ein bisschen sich von seiner guten Seite zeigen kann. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und bin natürlich ein Riesenfan von Uwe. Also, ja, Sympathie geht rüber, geht rüber zu Bär. Aber ich bin sehr gespannt, ob sie da was ausrichten kann. Denn das Deck von Jens ist schon echt gut. Guck mal, das Nest ist doch auch direkt perfekt, aber ich wollte gerade sagen, hat sie gerade auf die Karte draufgeschrieben, aber nein, das ist ein Folienstift auf einer Hülle. Nicht schlecht, so kann man es natürlich auch machen mit einem abwischbaren Stift. Wenn das Land ins Spiel kommt, muss man eine Farbe bestimmen. Scheinbar doch nicht schwarz. Es ist Blau. Nicht schlecht. Die erste Kreatur. Let's go. Was haben wir denn da? Okay, da haben wir den Death-Toucher. Der ist gut. Das ist ein 2x2-2-Death-Toucher und wenn er angreift, dann gibt er eine andere Kreatur Death-Touch. Das ist natürlich sehr gut, weil Grün und Weiß haben ja diese Survival-Fähigkeit. Die würden gerne, dass die Kreatur bis zum nächsten Zug überlebt. Das heißt, wenn du einfach eine andere Kreatur Death-Touch gibst, dann hast du zumindest dafür gesorgt, dass sie gut abtauscht. Also wenn du... Die will man nicht blocken. Okay, da ist aber auch schon direkt ein ziemlicher Burner. Der lautlose Hallenschleicher. Es hat sehr viel Text. 2 Mana 1-1 kann nicht geblockt werden und wenn er einem Spieler Schaden zufügt, dann kannst du dir tatsächlich eine von drei Fähigkeiten aussuchen. Entweder legst du zwei Marken auf ihn, du ziehst eine Karte oder er wird zu einer Kopie einer anderen Kreatur, die du kontrollierst. Wenn er das wird, verliert er natürlich die anderen Fähigkeiten. Aber er ist grundsätzlich erstmal 2 Mana 1-1, dann 3-3. Weiterhin ein Blockbar, zieht eine Karte und wird dann zu deiner besten Kreatur mit zwei Marken drauf. Genau, mit den Marken und drauf. Schon eine sehr gute Karte. Schon eine sehr gute Karte, ja. So, der Death-Toucher geht rein. Ja, ich denke, das wird Bea auch einfach nehmen. Also muss man an der Stelle auch natürlich. Hm, Absand Mana ganz entspannt. Der Absand-Tron. Direkt-Tron, ja. Und da ist eine von zwei Vorbildern. Der ist auch gut. Die hat er zweimal im Deck. Ja, ja, der ist sehr gut. Ja, der, wenn er angreift und tatsächlich in der zweiten Mainphase noch überlebt hat und getappt ist, dann kann man ihm entweder eine Flying-Marke, eine Plus-1-Plus-1-Marke oder eine Live-Link-Marke geben. Und immer wenn Kreaturen sterben, die Marken auf sich haben, kann man die Marken umverteilen. Richtig, richtig gut. Den sehe ich sogar jetzt im Standard eventuell, je nachdem, was man dann halt... Ich meine, den kann man auch in einem Convok-Deck spielen, aber ist auf jeden Fall eine gute Einzelkarte. Ich habe das Gefühl, den könnte man mal in Aktion sehen. Einfach so White-Amini. Erster... Der muss einen Angriff machen. Dann fliegt der und dann wird es schon schwierig. Und dann wird er stärker und... Oder kriegt Live-Link gegen die Agro-Decks. Der ist gut. Und im Sealed finde ich den besonders stark. Das ist eine schöne Konterkarte gegen Beers Hallenschleister. Hallenschleicher, genau, war der Name. Lautloser Hallenschleicher, ja. Der Hallcreeper. Richtig. Okay, aber ich meine, das ist schon ein guter Stand. Oh, da sind wir doch ab... Da sind wir doch essbar. Haben wir nicht irgendwas von Blau-Weiß gehört? Da wurde er schwarz-splash doch... Ja, beides splaschen schwarz. Undercover. Wofür splaschen wir denn? Ah, okay, okay. Wir splaschen für die blau-schwarze Signpost-Ankommen. Ja, das ist okay. Der ist gut. Der ist zweimal eine Einzel-Flying. Aber gut, vielleicht sehen wir da noch ein bisschen was mehr. Okay, Angriff. Jetzt bin ich mal gespannt. Bea entscheidet sich, erst eine Karte zu ziehen. Anstelle von zwei Marken da draufzulegen. Kann man machen. Vielleicht braucht man ein Play. Vielleicht braucht man ein Follower-Play. Genau. Ich wollte gerade sagen, Karten ziehen ist grundsätzlich jetzt nicht das Schlechteste, was man machen kann. Also das geht halt immer. So, okay, dann... Schon fast aber, kommt da noch was? Ja, ich denke mal mit drei Mana, vor allen Dingen auch Tron-Mana, denke ich, kann da schon was passieren. Sollte eigentlich was passieren. Also entweder hat sie keine Karte, die drei Mana kostet, weil das erste Land durfte sich die Farbe aussuchen. Ja, okay. Den Mund verbieten. Ja, das ist eine der besseren Removal-Space, die man so in Blau hat. Macht aus einer Kreatur eine 0-2-Kreatur, die keine Fähigkeiten mehr hat. Das bedeutet also, dass Roll, also für einen ist quasi Sort of Plowshares. Ja, in Blau. Würde man... Also jetzt mal vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so. Es ist schon sehr gut. Macht aus einer Kreatur eine 0-2-Kreatur, die keine Fähigkeiten mehr hat. Oh, und sie hat den... Sie hat die Destert. Das Vorbild bleibt liegen. Vielleicht schüttet das Vorbild, aber auch jetzt einfach an einem schönen Spontanzau. Aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das hätte ich jetzt auch gerade überlegt. Also jetzt kann ich mir auch gut vorstellen, dass da doch vielleicht irgendwie so... Mache drei Schaden an eine getappte Kreatur oder sowas. Nee. Aktuell sieht so aus, als dürfte das Vorbild Marken bekommen. Ja, oder passiert da doch noch nie? Bea geht auf 15. Interessant. Hätte ich jetzt aber auch gedacht, dass man dann die andere Karte nimmt. Aber Bea hat doch sicherlich noch einen Plan. Ja, ich meine, der Zug ist ja noch nicht vorbei, ne? Wir sind noch nicht im Endstep angekommen. Wer weiß. Ah, okay. Zweite Mainphase. Jetzt wird überlegt, welche Marke man drauflegt. Eine Flying Counter. Ja. Ist auch das Sinnvollste, weil dann kann man wahrscheinlicher angreifen, um die nächsten Marken draufzulegen. So. Und da kommen die Zwillinge. Die sind auch sehr stark. Die Zwillinge sind 2-2-Kreaturen und du manifestierst dann. Also 4 Mana, 2-2-2-er, wovon eine Kreatur die Möglichkeit hat, sogar noch ein bisschen besser zu sein. Oder also, ne? Der 2-2-er ist ja mindestens ein 2-2-er oder kann noch aufgedeckt werden in was Besseres. Das ist nett. Ich meine, das ist ja jetzt auch das neue Manifest. Oh ja. Ich gehe mal davon aus, das war auf jeden Fall auch eine Kreatur. Ja, genau. Ich denke auch. Dass man den 6-Drop sonst nicht weglegt. Ja, okay. Ist ja wirklich gar kein Problem, einen 6-Drop zu manifestieren, selbst wenn man das Mana nicht hat. Ich glaube, da kann man sich ja aufheben bis irgendwann. Oh, da erwarte ich jetzt aber was auf der umgedrehten Karte. Auch wieder spannend. Hatten wir jetzt ein paar Editionen nicht, ne? Manchmal die verdeckten Karten ist ein interessantes Spielelement. Ja. Und das ist also... Muss man immer vorsichtig sein. Oh, da kommt aber wirklich eine Menge Rares raus bei B.A. Die andauernde Neugier. Für die älteren Spieler unter euch, Bident of Tassa. Mhm. Also immer wenn eine Kreatur von dir Kampfschaden zufügt einem Spieler, dann kannst du sozusagen eine Karte ziehen. Und das ist ja nicht so schlecht, wenn man eine unblockbare Kreatur hat, ne? Das ist relativ gut, ja. Und das Schöne an diesen Glimmer-Kreaturen, also diese... Es gibt davon fünf. Das ist ein Rare-Cycle in jeder Farbe. Das sind Enchantment-Kreaturen. Und wenn sie sterben, dann kommen sie als Enchantment nochmal zurück. Also sie sind quasi unsterblich, außer man exite sie. Und dann bleibt der statische Effekt, also dieses Kartenziehen, halt weiterhin auf dem Battlefield. Und das ist natürlich weiterhin gut, ne? Also... Aber... Ich... Äh... Aber die Katze kostet doppelt blau, oder? Ja, ja, genau. Das ist der Punkt. Also die wäre wahrscheinlich nicht so... Die liegt nicht so legal im Spiel. Ich schick mal kleinen Judge-Call rüber. Hehehehe. Schick mal den kleinen Judge-Jazubi rüber. Au, Lea hat's, glaub ich, auch sofort gesehen, oder? Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Oh, ja. Gerettet. Gerettet. Hervorragend. Ja, gut, dass wir's gemacht haben. Jetzt, das ist nämlich der Moment, wo wir das noch schnell machen können. Das sah schon nicht schlecht aus. Das sieht nicht schlecht aus. Und was wir bisher gesehen haben, ist ein gutes Removal, eine gute Rare und noch eine gute Rare von Bea. Und sie hat noch eine gute Mythic im Deck, mindestens. Also, es passieren sehr viele... Da sind... Ich weiß auf jeden Fall, warum Bea sich überlegt hat, hier in Blau und Weiß reinzugehen. Also... Wenn man dann die Karten hat, dann ist er auch ganz nett, ne? Mhm. Aber trotzdem, immer noch spannend, dieses... Dass das Role Model da nicht... Dass das einfach liegen bleiben darf, ne? Ja. Da hätte ich auch gesagt, dass der Death-Toucher vielleicht nicht so schlimm ist. Aber gut, das werden wir jetzt gleich sehen. Da gibt's vielleicht noch einen langfristigen Plan oder so. Mal gucken. Jens ist erstmal wieder dran. Der tappt auch fleißig schon seine drei Mana. Ah, Trick 17. Da haben wir die Eternal Witness. Für drei Mana manifestieren wir und können dann eine Karte, eine Permanent-Karte aus dem Graveyard auf die Hand nehmen. Das Schöne ist, dass es so rum geworden ist. Manifestiere und nimm dann permanent auf die Hand. Das heißt, die Karte, die du theoretisch in den Graveyard legst, wäre sogar ein legales Ziel für das Wiederholen. Damit man auch noch immer was hat. Sehr geile Karte. Gerade Eternal Witness bin ich ja großer Fan. Echt? Ja, bist du ein Eternal Witness-Fan? Ich bin ein Eternal Witness-Fan, ja. Ja, kann ich verstehen. Und da geht's auch schon direkt weiter. Da kommt der Kampf, da kommt der Fight-Spell. Das reicht. Und das ist auch ein schönes Design. Weil das ist ein Fight-Spell mit einer Kreatur, die nicht mal auf dem Battlefield sein muss. Man kann einfach eine Karte aus der Hand vorzeigen. Und dann macht sozusagen der Spell so viel Schaden. Also es ist ein Deal-Damage. Genau, es ist ein Deal-Damage. Und die Kreatur muss nicht mal... Also das ist halt schön, weil grünes Removal ist ja immer so ein bisschen anfällig. Wenn der Gegner dann mal einen Bounce hat oder einen Removal oder so. Und so kann dir das halt nicht passieren. Boah, das war stark. Das ist ziemlich gut. Wer hat da glaube ich jetzt auch nur manifestiert daneben, nämlich letzte Runde, ne? Als Alternativ-Play. Sie hat einen Schimmer gelegt. Also die hat eine Divination gespielt. Also Instant Speed zieht zwei Karten und macht einen Schimmer. Ein 1-1er. Ach, ein 1-1er ist das so. Mhm. Und jetzt hat das Reluctant-Roll-Model ist jetzt 3-3-Flying. Naja, das ist... Also ich sag mal so, zwei Mana, 3-3-Flying, Lifelink. Würde ich spielen, denke ich. Ja. Das würde ich auch spielen. Ne? Da ist aber wichtig. Das zweite blaue Mana. Das würde bedeuten, dass man jetzt zumindest die Katze wieder legen könnte. Hm. Ja, ich glaube, Karten sind aber gar nicht das Problem. Karten hat Bea genug. Der hat ja gerade auch nochmal zwei Karten gezogen. Ich glaube, das Problem ist eher, dass man von dem Flieger kaputt gemacht wird. Oder beziehungsweise auch von der anderen. Es sind ja jetzt im Moment schon fünf Kreaturen bei Bea da. To be fair 1 ist 0-2. Die ist egal, aber immer noch vier große oder mittelgroße Kreaturen. Die machen halt Schaden. Ja, auf jeden Fall. Und zehn Leben ist nicht wieder so. Es gibt halt mehrere Wrath-Effekte in dem Format. Einer ist sogar ein Special Guest. Also, äh, einer ist Damnation als Special Guest-Karte. Ich weiß nicht, ob wir heute eine Damnation dabei haben. Das wäre übel. Haben wir eine Special Guest-Karte dabei? Ich habe, glaube ich, keine gesehen jetzt. Aber es wäre auf jeden Fall spannend. Vielleicht, äh, naja. Vielleicht, vielleicht. Wir sehen auf jeden Fall den Tunnelvermesser. Der ist auch eine schöne Karte. Das sind immer gute Karten. Das ist ein 3-Mann-2-2-2er, der ein 1-1er mitbringt. Solche Karten sind immer solid. Also, zwei Buddies verteilt auf zwei Kreaturen. Ja, das geht immer. Und das ist dieser 1-1er, der da ins Spiel gekommen ist, ist auch noch ein Enchantment. Das heißt, er triggert auch die ganze Zeit. Wie heißt Eerie auf Deutsch? Heißt es schaurig? Ich weiß es gar nicht. Gut, das weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe auch nur den englischen Artikel gelesen, muss ich zugeben. Aber hier Jens... Ich habe hier doch englische Karten. Moment, warte mal. Ich gucke mal eben. Jens checkt schon, was sind hier die verdeckten Karten. Er hat immer noch den Six-Drop auf der Hand, den er sich mit... Ja, nee. Erstmal Angriff. Zurückgeholt hat, wollte ich sagen. Erstmal der Angriff. Sind aber alles zwei Zweier und der eine ist 3-3 fliegend, das Vorbild. Uh, das baut Druck auf. Mhm. Überlebenskunst heißt Survival schon mal. Ja. Das habe ich gefunden. Tatsächlich habe ich es nicht gefunden bisher. Okay, gut. Ist nicht so schlimm, werden wir sicherlich noch sehen. Du machst einfach gleich zwischen den Runden noch ein paar Booster auf. Das sind ja deutsche Booster. Ah, stimmt, stimmt, stimmt. Dann guckst du das mal nach für uns. Ja, das kann ich machen. So, gucken wir mal. Wie sieht es denn jetzt aus mit den Blocks? Und haben wir da noch irgendwas, dass wir da gut überleben können? Ah, da wird, oh, oh, da wird aufgedeckt. Ist es der Balustrade-Wurm? Nee, ist das anderes. Für drei Mana. Oh, stark. Das ist natürlich super gut. Das ist die 3-2-Kreatur, die, wenn sie zu Beginn der zweiten Mainphase noch lebt, also Survival hat und getappt ist, manifestierst du wieder. Das ist ein sehr starker Payoff. Und Bea ist hier auf fünf mit kaum noch Kreaturen. Also ich glaube, da muss sie jetzt tatsächlich schon eine Damnation zünden oder sowas in der Art. Also wenn das denn in ihrem Deck ist, das weiß ich natürlich nicht. Guck mal eben nach. Letztes Out-Damnation könnte schwierig werden. Ja, Damnation sehe ich zumindest nicht. Nee, Damnation sehe ich nicht. Aber ein paar andere gute Karten sind auch da. Aber ich glaube, es wird tatsächlich jetzt schwierig. Ja, das Problem ist das Vorbild. Auf jeden Fall. Und, warte mal, kann der noch, oh, der kann immer noch mehr Marken legen, ne? Eie, 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 stimmt. Ich dachte, der kann auch jede Marke nur einmal legen, aber der kann plus eins, plus eins Marken ja beliebig viele legen. Ach so, ja, der wird immer, immer stärker. Also ich glaube, du kannst auch theoretisch eine zweite Flying-Marke drauflegen. Die Regeln verbieten das nicht. Aber das wird halt nicht wirklich was machen, aber da geht einiges. Ja, aber, ja, okay, es würde die an dieser Stelle nichts bringen, aber es wäre geil, weil wenn, er kann ja später die Marken verteilen. Ja. Und wenn du zwei Flying-Marker drauflegst, könntest du ja auf zwei verschiedene Kreaturen Flying-Marker legen. Stimmt, wenn man die Marken frei verteilen kann, geht einiges. Aber das ist eine gute Karte. Ja, ja, das ist schon wirklich eine gute Karte. Die Karte von Bea ist auch sehr gut. Der Ghost, die Keybearer. Oh, okay, Analytica des Übernatürlichen. Schöne Karten jeweils, schöne Uncommons. Das Phantom ist ein 3-3-Flieger. Und wenn der einen Spieler Kampfschaden zufügt, dann darf man den Raum öffnen. Also dann kann man sozusagen, muss man die Mana-Kosten dafür nicht bezahlen. Das kann sehr viel Mana sparen. Und der Analytica ist zwei Mana 1-3 und der zieht dir die Karte, die du mit Manifest in den Greyfart gelegt hast. Der sagt nämlich, immer wenn du manifestierst, dann nimmst du die Karte, die in den Greyfart gehen würde stattdessen auf die Hand. Das ist wirklich gut. Das ist sehr gut. Vor allen Dingen, weil du ja häufig auch dann Spells manifestierst. Und dann sind die halt einfach entweder im Greyfart oder weg. Ja. Aber so kriegst du halt den Spell wieder. Und da haben wir jetzt nochmal einen Fight-Spell. Das ist ja übel. Ich glaube, es war auch lethal on board, oder? Weil der 4-4-Flieger kommt durch und Beate drei Blocker. Ja, und da waren noch vier, zwei, mindestens zwei Power-Kreaturen. Sprich, vier plus zwei kommen durch, ist dann minus eins. Ei, ei, ei. Ja, aber auch da, das ist vielleicht auch noch so eine kleine Sache, die mir auch aufgefallen ist, als ich das Streamer-Event gespielt habe. Also auch hier ist On-The-Play-Sein wieder doch schon ein Vorteil. Also, ich meine, Jens hat jetzt in Die Roll gewonnen und er war von Zug zwei an quasi im Driver-Seat. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich das hier zumindest für Game zwei ändern wird, wo Bea jetzt On-The-Play ist. Ich habe das Gefühl, dass das schon auch ein Vorteil ist. Also zum Beispiel, die Überlebenskunst-Mechanik ist ja eine, die dich dazu incentiviert anzugreifen. Also du willst halt häufiger angreifen. Das bedeutet aber auch als Deck-Building-Problem, dass du natürlich irgendwie günstigere Tricks und sowas spielst. Und die Tricks sind halt immer dann besser, wenn du der Angreifer bist und der Gegner gezwungen ist zu blocken und dann kannst du halt für einen Mana die drei Mana-Kreatur umbroxen oder so. Ja, da machst du halt den richtigen Vorteil, ne? Genau, ich glaube, dass das Set, also die Mechaniken des Sets sind schon häufig darauf ausgelegt, jetzt doch ein bisschen für den Anfänger bevorteilend zu sein. Delirium jetzt natürlich nicht, ne? Delirium ist natürlich auch schon eher so eine Grind-Mechanik, aber viele ETB-Träger, viele Karten, die Marken verteilen. Und das ist halt immer so, da willst du halt immer on the play sein, um das direkt ausnutzen zu können. Okay, gucken wir mal, was Game zwei jetzt hier so sagt. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde die Playmats sehr schön, also sowohl Tamio als auch Drist, Drist, du Erden. Ich hoffe, ich butsche den Namen jetzt nicht so sehr. Die ganzen D&Dler im Chat werden wahrscheinlich sagen, Junge, Junge, hast du das Spiel nicht mal gespielt oder was? Nun ja, okay, gucken wir mal. Nice. Ja, schauen wir mal, jetzt Bear on the play. Ich meine, von der Kartenqualität sah das echt gut aus. Ja. Ist auch ein schönes Island, also ich finde auch, das Island hat Props verdient, die wunderbaren Energy Lands hier. Ja, sehr schön. Da haben wir ein Tapped Land, schwarz-weiß. Okay, das Mana kommt auf jeden Fall rein, ne? Er sagte ja noch im Interview, ja, wenn das Mana funktioniert, aber das scheint ja zu funktionieren. Und jetzt kommt Bear mit dem Hall Creeper. Ja, sehr schön. Der ist gut on the play, Turn 2. Das ist ein Frechdachs. Ja. Der ist immer gut. Kann man auf jeden Fall... Ja, der ist halt im Blocken nicht so gut, ne? Der will halt schon angreifen. Ja, das stimmt. Wenn wir jetzt, wie du gesagt hast, on the play, aggressiv vorne, vielleicht erst die zwei Marken drauflegen. 3-3 unblockbar. Ja. Das macht ordentlich an. Jetzt hat Jens schon Turn 2 trauen. Also... Ja, das ist schon krass. Also... Das ist krass. Mit zwei Ländern schon Tron. Das ist nicht schlecht, ne? Wobei das man... Das machen jetzt häufiger Leute mit zwei Ländern Tron, ne? Turn 1, Fetch of Triumph und dann irgendwie das entsprechende Schockland. Das ist halt tatsächlich schon... Oh, wow. Der hat aber auch wirklich häufig diesen monströsen Auswuchs. Ja, und der bringt halt mal den Hall Creeper wieder um und... Das ist einfach mal ein gutes grünes Hard Removal gefühlt, ne? Ja, wenn du... Wenn du von der Hand vorzeigen kannst. Mit zwei Mana ist er gefühlt ein Doomblade auf dem Level. Ja. Von der Qualität. Absolut. Ich hab immer... Oh, da ist auch Tron. Also Tron Turn 2 gegen Tron Turn 3. Ich hab halt immer... Bei diesem Hand vorzeigen krieg ich halt immer so nervöse Flashbacks an Tetsimok. Kennst du den noch? Oh. Den Dino aus Ixalan, den du aus der Hand vorzeigen konntest und dann so Beutemarker auf Kreaturen legst. Und wenn du den in den Spiegel legst, da sind alle Kreaturen gestorben mit Beutemarkern. Das war das letzte... Ja, ja. Das war das letzte Mal, wo ich noch an... Vor der Hand vorzeigen... Also auf der Hand vorzeigen denke ich immer so... Oh, Gott. Oh. Ja, ist gefährlich. Aber gut. Ja. Oh, das ist übrigens eine Angst. Äh, die seh ich auch. Angst vor der Unendlichkeit. 3-Mana-2-2-Flying-Lifelink. Kann allerdings nicht blocken. Dafür kommt sie bei... Unheimlich heißt es, wenn ich das richtig sehe. Kommt sie bei unheimlich aus dem Graveyard wieder auf die Hand. Also, ja, ist solide. Ja. Hast du... Hast du dich... Hast du dich eigentlich irgendwo wiedererkannt? Bei den ganzen... Es gibt ja unendlich viele Ängste. Fear of Fail Test, Fear of Infinity, Fear of Being Hunt. Fear of Lost Teeth. Hast du da irgendeine? Kannst du da mitgehen? Siehst du da eine bei dir auch? Ich müsste mir die Karten mal vielleicht alle genau parallel nebeneinander anschauen. Also spontan... Was hast du gerade gesagt? Die Fear of Lost... Was? Die Zähne fallen aus oder so? Ja, ja, ja. Habe ich jetzt spontan keine Angst vor, dass ich das so nennen würde. Aber muss nicht sein. Okay. Ja, ja, okay. Man ist wahrscheinlich... Genau, wahrscheinlich. Sie sind nicht unbedingt nur Angst, aber ist jetzt vielleicht nicht geil. Ja, okay. Verstehe ich. Ja, also die Klassiker, glaube ich, da... Da habe ich Glück. Also was sind so die Klassiker? Krabbeltiere. Ja, wobei... Ich merke das immer, wenn ich auf Höhen... Da fühle ich mich ein bisschen unwohl. Ich würde es nicht Angst oder Panik nennen, aber es ist Respekt vor der Höhe. Das muss nicht sein. Okay. Respekt vor der Höhe. Okay. Definitiv. Was hättest du gesagt? Äh, also ich habe... Es gibt eine, ähm... Es gibt eine, die heißt, äh, Fear of the Dark. Da kann ich mich so ein bisschen sehen. Hm. Ähm. Und es gibt eine Fear of Exposure. Oh, oh. Exposed. Ja, ja, genau. Die ist halt... Ja, ja. Alle Leute im Internet immer, ne? Ja. Exposed zu werden. Oh, oh. Aber es gibt schon echt viele. Es gibt insgesamt 10 oder 14... Ja, muss ich nochmal gucken. Muss ich nochmal gucken. So, jetzt gucken wir aber erstmal weiter hier. Smash. Die Fear of Infinity, die greift auf jeden Fall schon mal an. Vor der hätte ich keine Angst. Na doch, ein bisschen. Nee, Fear of Infinity. Also, zwei, zwei fliegend Lifeling. Das ist schon ganz gut. Okay, darf auch connecten. Ja, sehr gut. Seht ihr das richtig, dass Jens kein Turn-3-Play gehabt hat? Was ist das denn? Oh, die Piranha-Fliege. Sehr schön. Mehr Flying. Das macht natürlich auch Sinn, ne? Also, jetzt stell dir mal vor, du hast halt ein... Du hast einen Zwei-Power-Flieger. Du hast einen Zwei-Power-Flieger. Und die akrobatische Cheerleaderin hat bei Überlebungskunst theoretisch auch eine Flying-Marke. Also, wenn sie einmal überlebt. Und dann legst du wieder diese Katze rein, die Karten zieht. Bei, wenn Kreaturen Schaden machen. Dann bist du mit Fliegern auf jeden Fall ganz gut unterwegs, ne? Also, das ist ja schon eine sehr nette Kombination. Wie sieht's denn mit der Spinne des Sets aus? Hat Jens... Es gibt doch immer eine grüne Vier-Mana-Spinne. Zwei-Vier-Reichweite oder sowas, oder? Drei-Vier. Drei-Vier sogar. Und die hat noch eine Zusatzfähigkeit. Die kann Räume zerstören, die Spinne. Keine Premium-Spinne. Und es gibt eine kleine. Die hat er auch. Die splasht er sogar. Die ist schwarz-grün. Die ist zwei-Mana-2-3. Reach. So was wäre jetzt gar nicht mal so verkehrt. Ja, ich glaube, das will er nicht machen. Ja, 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 genau. Das war die Eternal Witness wahrscheinlich, ne? Genau. Und er hat jetzt die Möglichkeit... Das hat er denn dargelegt. Ach, das ist das Ding, was... Das ist auch kein gutes Play, ehrlich gesagt. Keine Permanence. Das ist ein Raum, der... Er hat jetzt den Raum aktiviert, der sagt, immer wenn du angreifst, legst du eine Plus-Eins-Plus-Eins-Marke auf eine Kreatur von dir. Das ist ziemlich gut. Ja, Kreaturen. Und auf der anderen Seite kostet sie zwei Mana und du kannst dir eine Kreatur mit Mana Value 3 oder weniger ins Spiel zurückholen. Auch das ist gut, aber... Oh ja, das ist echt eine gute Karte. Das fehlt ein essentieller Bestandteil. Spielsituation, ja genau, aber... Boah, das ist eine gute Karte. Boah, wenn Bea jetzt tatsächlich die Katze raus slammt... Oh! Tobi, der Panzerzähmer. Der ist auch ziemlich gut. Da gibt es jetzt erstmal einen 4-4-Beast-Token. Den bringt der einfach so mit, ne? Den bringt der einfach so mit. Der kann da links nicht alleine angreifen und nicht blocken. Das heißt, der muss... Aber da hat Bea ja vorgesorgt. Ah, guck mal, da wird auch direkt ein Beastie mit ein paar Augen gebaut. Ja, easy. Hervorragend. Ja, der kann man gut erkennen, finde ich. Auch schönes Flickertarget, der Tobi. Absolut, ja. Oder ist die beste legendär? Nee, ne? Nee, nur Tobi ist legendär. Hervorragend. Gefällt mir. Und warum greift der Chili denn nicht an? Doch, der kommt jetzt mit. Okay, 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 okay. Kleiner Angriff für 4. Chili darin fliegt ab nächster Runde. Das sieht doch gut aus. Das sieht ziemlich gut aus, ja. Ja, Tobi auch relativ stark. Die Beasties sind sowieso irgendwie ganz süß. Das sind ja die Haustiere von Dusk Morn. Die sind cute. Also, die waren früher die normalen Haustiere der Menschen. Und jetzt sind die halt dämonisiert worden von Valgavos. Und sind jetzt halt solche... Aber die sind immer noch nett gegenüber den Menschen. Die sehen halt nur jetzt ein bisschen gruselig aus. So, gucken wir mal. Manifest Dread. Jetzt ist so ein bisschen die Frage. Ja, jetzt hat er kein Permanent im Graveshard. Guck mal, ob er jetzt gefunden hat. Jetzt, ja, ja, genau. Ja, okay. Ja, stellt man sich anders vor wahrscheinlich. No, an der Stelle ist es aber vielleicht auch der fünfte Landrop. Also, ich meine, wir wissen ja, dass er auf jeden Fall noch einen Sechstrop auf der Hand hat. Der hat uns ja schon den... Stimmt, den. ...den weißen Plain-Cycler gezeigt. Für zwei Mana gibt es jetzt wahrscheinlich wieder einen Fight. Das hat er auch sieben Mal im Deck. Ja, da ist er nochmal, damit wir ihn nicht vergessen. Und das Biest... Ja, Tobi ist jetzt biestlos. Aber das 2-2-Gerät fliegt nicht. Und Bea hat mindestens zwei 2-2-2-Flieger. Das ist eine Drei-Runden-Clock. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich, ziemlich gut. Mhm. Und sie hat auch noch ein paar Bomben im Deck, die wir alle noch nicht gesehen haben. Was? Wie viele Rare-Karten sind da drinne? Das ist ja krass. Ja, das haben die Playbooster so an sich. Ja, das stimmt. Man darf jetzt mit mehr Rares im Seed spielen. Oh. Den Mund verbieten. Interessant. Auf die 2-2-Kreatur. Das ist spannend. Denn es ist jetzt 0-2, ja. Auch interessant, weil das ist ja... Erinnert zumindest nichts am Attack, ne? Ich gehe mal davon aus, dass Bea nicht wirklich was anderes machen kann. Ja, ich hoffe, sie hat noch ein anderes Removal. Weil sie weiß ja, dass nächste Runde ein 4-5-Flieger kommt. Stimmt. Also Jens hat ja den 4-5-Flieger schon gezeigt. Das wäre natürlich ein Premium-Target für das... Na gut, guck. Also ich gehe mal davon aus, dass Bea einfach noch ein Removal hat. Und dann den 4-5-Flieger, wenn der denn da ist, dann abschießt. Weil ansonsten würde er ja so ein bisschen zumindest verhindern, dass angegriffen werden kann. Ja. Und Jens slammt ihn auch einfach? Ja. Kann er ja schon fast mit dem 0-2er angreifen. Ja, wobei... Ja. Ich meine, könnte man meins Teil daraus machen, ne? Um eine Marke zu... Ja, ja, ja. Vielleicht will man dann doch lieber den Blocker haben in der Situation. Na, ich glaube auch. So, jetzt gucken wir mal. Bea überlegt. Na, slow rollt das Removal. Ich meine, selbst wenn sie keins hat. Ich sehe immer noch irgendwie ein Attack-All. Wenn sie Kreaturen zum Nachlegen hat. Mhm. Ja, ja. Na, sieht halt aber ein bisschen nicht so aus. Nee. Könnte dann auch ein bisschen knapper werden. Ja. Gut, ich meine, man weiß natürlich nicht, was da drunter liegt. Und dieses, ähm... Das blaue Enchantment, das verbietet auch, dass Kreaturen umgedreht werden. Also sie hat jetzt... Sie hat jetzt auch sozusagen verhindert, dass der Morph passiert. Aber ich meine, es ist halt so ein bisschen die Katze im Sack, während der 4-5-Lieger auf jeden Fall ein 4-5-Lieger ist, ne? Also das ist ein bisschen... Ja, 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 ja. Ja, das ist der Attack-All. Die blaue Kreaturen ist auch 2-2, der eine? Ja, die blaue ist 2-2 und der Glimmer ist 1-1. Also selbst, wenn jetzt alles weggeblockt würde... Also 4 nimmt man auf jeden Fall, beziehungsweise 5... 5 wird man gute Blocks macht. Ja. Also wenn beide Kreaturen überleben sollen. Oh, wieso sterben die beide? Genau. Ah, ja, ja. Alles gut. Okay, dann geht Jens auf 3. Und jetzt hat aber Jens die 4-of-Infinity weggeblockt, die theoretisch bei unheimlich wiederkommen kann. Wenn... Was muss man nochmal für unheimlich? Genau, was muss man machen? Ein Enchantment-Entern. Also Enchantment-Fall sozusagen. Oder ein Raum muss vollständig geöffnet sein. Also wenn man die zweite Tür bei einem Raum öffnet, dann ist auch unheimlich getriggert. Ah, okay. Oh, oh, das ist gut. Weil jetzt kommen halt mit einer Kreatur plötzlich 2-Bodies. Bodies, ja. Oh, ja. Jetzt wird's gefährlich. Jens überlegt noch so ein bisschen, welche davon tatsächlich manifestet wird. Und der 1-3er greift an. Ja, das hätte ich auch gemacht tatsächlich. Finde ich gut. Mal gucken, ob Jens noch irgendwas hat. Oder ob er einfach Go sagt. Er sagt einfach Go. Virtuell ist er auf 1. Oh, was hat... Oh. Hat Bea getop deckt? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Es könnte entweder ein sehr unglücklicher Draw sein oder... Ja, genau. Ah, es ist das... Ah, ja. Es ist das Top-Gland. Schön, das Fettschland. Ja, ja. Nein. Ja, gut. Ich meine, Jens muss da erst mal rauskommen. Man muss erst mal in eine schöne Situation kommen, wo man dann auch irgendwie... Jens hat den Team Brute-Spinner aufgedeckt. Ah, sehr stark auch. Da ist die Spinne, die aktuell... Also, die kann sich... Also, bei ETB surveillt sie zwei. Und du kannst dich für sechs Mana opfern und erzeugst so viele 1-1-Flieger, wie du Delirium-Anzahl hast. Also, bei drei Typen kriegst du halt drei 1-1-Flieger. Und ich glaube aber, im Moment ist nur Insulin und Sorcery im Grave. Also, im Moment wäre das tatsächlich nur zwei 1-1-Flieger. Das lohnt sich nicht. Aber man kann die in dem Set ohne Probleme auf fünf Flieger oder sowas kriegen. Also, das geht schon. Das habe ich schon gemacht. Und ich meine, im Kern ist das eine 2-Mana-2-3-Reichweite-Kreatur. Mit zur Welt 2. Ja, das ist ja ultra gut. Gute Spinne. Und gutes Artwork. Okay. Und jetzt ist der Death-Toucher zurückgekommen. Das ist der 2-2-Death-Touch der anderen... Fotos-Berührung im Angriff gibt. Genau. Und ich glaube... Ich weiß nicht, ob der sogar noch eine Marke kriegt. Bei Surgical Suit, dachte ich, macht noch... Wenn ihr unlockt... Ne, kriegt... Ist nur... Ist nur so. Kommt nur so wieder. Aber gut, ja. Ich meine... Die Flieger greifen an. Da kommt eine Marke drauf, ja. Das ist jetzt ein 5-Power-Attack. Nicht schlecht. Wir haben vier Blocker. Ja, hört das richtig gut. Die Tür. Oder der Raum. Der Raum, nicht die Tür. Aber ich meine, Bea hat ja auf jeden Fall wahrscheinlich... Also ich gehe mal davon aus, dass wenn sie so sehr auf das zweite Weiße hofft, dass es die Toy Gallery ist... Sie hat noch einen Mythic-Raum im Deck. Hm. Aber hat sie nicht zwei... Relativ gut. Ja, jetzt. Sie hatte gerade das getappte. Ja, stimmt. Okay. Jetzt wird aber noch irgendwas abgeräumt. Wahrscheinlich das Fliegergerät, ja. Ist halt auch die gefährlichste Karte für Jens. Die Flyer bei Bea. Ist übrigens auch das... Das dritte Monstrous... Monstrous Emerges. Das ist halt nicht gut, ja. Das ist eine gute Karte, ja. Kann man haben. Drei Doomblades im Deck will ich spielen, ja. Ja. So, passt in turn. Bea ist dran. Ich denke, es wird die Toy Gallery. Ah, nee. Wahrscheinlich ein Zwei-Mana, dann vielleicht doch noch was anderes. Naja, der lästige Schädelschnapper. Bei unheimlich Surveil 1. Also Zwei-Mana 1, vier Flying ist halt in sich schon... Sind schon gute Stats und Surveil 1 ist auch nicht verkehrt. Ja, schade. Ich glaube, Bea hätte das wahrscheinlich gewinnen können. Wenn sie eine Runde wartet mit dem Removal. Aber es ist natürlich immer weiß, man natürlich... Genau, wir wissen jetzt nicht, was unter der verzauberten Karte ist. Aber zumindest hier aus der Moderation sieht das so aus, als ob man sich das Removal hätte aufheben können. Ja, aber es ist immer schwierig zu sagen. Also ich meine, Bea war da ja auch gerade im Driver Seat und hat so jetzt hier, pass auf, zack, ich gebe Gas. Ja. Und dann, äh... Gerade drei Leben. Gibt es irgendwas in schwarz, so Drain-mäßiges oder so? Ich glaube, Drain... Ja, es gibt die schwarze Tenacity, aber also die Drain nur, wenn du selber live gainst. Ah ne, es gibt noch eine schwarze Mindrot, die macht auch drei Drain. Aber ich glaube auch nicht, dass Bea das im Deck hat. Noch ein Land. So, okay, gucken wir mal weiter. Okay, Draw für Jens. Ja, das Board wird voll. Das sieht recht gut aus. Ja, da wird was in den... Okay. Planes und... Eine Mysterious Creature. Eine Überraschungskarte. Mhm. Obwohl wir wissen nicht, ob das eine Kreatur ist. Das ist halt immer noch das Lustige an Manifestieren. Ja, man weiß es einfach nicht. Man weiß nie, ob es jetzt doch noch schlimmer wird oder ob es bei 2-2 bleibt. Sieht trotzdem super stark aus. Ja, auf jeden Fall. Hier noch so ein kleines... Ja, 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 ja. Noch so ein kleines Public Service Announcement für alle, die noch vorhaben, zum Pre-Dease zu gehen. Heute, morgen, Sonntag oder wann auch immer ihr Bock habt, zum Lucky Game Store zu gehen. Denkt daran, am Ende des Spiels müssen alle manifest umgedreht werden. Also das ist noch... Genau, die Info darf man sich holen vom Gegner. Das war da eigentlich. Okay, haben wir jetzt mal einen dicken Attack. Der gibt dem Death Touch. Und dann geht's hier rein. Der geht da rüber. Und ach, du liebe Güte, ja. Jetzt gibt's auch schon... Jetzt fühlt sich Jens auch schon langsam relativ sicher. Ich meine, er lässt ja auch, obwohl er mit 3-Kreaturen angreift, immer noch 4 Blocker zurück. Das ist ja immer noch sehr, sehr, sehr viel zu blocken. Und außerdem... Hat er, glaube ich, noch... Naja, er hat im Moment nur 5 Mana offen. Wenn er 6 Mana offen hätte, dann könnte er auch noch zur Not die Brood Widow oder den Brood Spinner opfern und nochmal 3- oder 4-1-1-Token bauen, um zu blocken. Also ja, ich glaube, so wie du gesagt hast, ich glaube, der Drain ist so ziemlich das Einzige, was da noch geht. Und ich glaube, den spielt Bea nicht. Das ist zumindest eine Karte, die kein Land ist. Genau. Sie liest. Ja, aber hier der... Das Vorbild kriegt ja auch gleich Lifelink. Dann ist... Ja, gut. Nee, das ist Lethal-Attack wahrscheinlich. Ja, wobei es noch ein 1-4er Blocker, aber das ist so der letzte Zug, hätte ich jetzt gesagt, wo Bea noch was rumreißen kann. Jetzt muss die Action kommen. Ansonsten wird es schwierig. Komm. Ja, was haben wir denn da noch? Komm, komm, komm. 4-Mana, 3-Mana, 4-Mana, 5-Mana, 3-Mana, Swamp. Es ist die Katze. Gute Karte, aber die leider fliegt nicht. Oder kann man sich da jetzt noch reinziehen oder so? Man kann sich den Lifelinker wiederholen bei Eerie und den ausspielen. Ja, aber... Der konnte nicht blocken, oder? Der kann nicht blocken, genau. Das ist so ein bisschen... Schwierig dann. Ja, genau. Das ist das Problem, ja. Aber was willst du machen, ne? Irgendwas passiert noch. Surveil. Ah ja, Surveil. Von dem lästigen Schädelverschnapper. Ja. Schwierig. Wird in den Greyhound gelegt? Ja. Achso, man zählt wahrscheinlich gerade nach Delirium durch. Okay. Was haben wir denn da weggelegt? Ah, die... Ne, haben wir oben gelassen. Die Akrobatin ist ja vorhin schon gestorben. Okay. Ja, Verteidigung steht. So halb. Ah. Ich glaube, Jens ist einfach jetzt... Ist schon zu weit vorne. Wie gesagt, dass die Spinne kann noch aktiviert werden. Im Notfall. Ja. Ja, ja. Und der hat halt... Also, er hat ja auch diese ganzen... Hat ja auch keine Ahnung, wie oft 2-for-1 getradet. Also... Ja, jetzt kommen Angriff vor Bild. Der Raum ist quasi 2-for-1. Lifelink drauf. Sicher sein. Das war's dann doch, oder? Gefühlt. Ich glaube, er überlegt jetzt schon, ob der Alpha-Swing letal ist. Genau, wie du gesagt hast. Glaube ich aber nicht. Vielleicht... Ne, er macht's auch... Removal noch, aber... Er macht's auch ganz vorsichtig hier. Er ist nur ein entspannter Attack für 10. Kann man ja mal machen. Nur für 10 in der Luft. Der Mark vom Raum ist jetzt auch direkt aufs Vorbild gegangen. Der ist auf 4-4 Flying hochgegangen, damit er nicht gejumpt-blockt werden kann von dem 1-4er. Und dann... Wahrscheinlich kriegt er dann jetzt Lifelink. Weiß wahrscheinlich. Äh, der... Die 4 kann nicht blocken. Äh, stimmt. Theoretisch... Nicht. Okay, ich glaube... Jens hat einen Lifel-Attack für 10 in der Luft nächste Runde. Also, es ist, glaube ich, jetzt egal, ob Lea jetzt blockt. Also, sie ist... Also, ob sie blocken kann oder nicht, sie ist nächste Runde ziemlich tot. Ja, wahrscheinlich. Also, sage ich da nochmal Bescheid gleich. Ich glaube aber nicht, dass das noch groß was ändern wird. Würde ich auch schätzen. Da kommt auch nochmal der Shrewd-Storyteller. Ich meine, aus fernes Gründen, die Kreatur konnte zwar nicht blocken, äh, wurde geblockt. Dafür wurden aber die zwei Lebenspunkte vom Lifelink nicht gemacht, also... Hey, ist man einfach ausgleichen. Ist fair. Könnte man fast wieder fair nennen. Ich meine, wir sind ja heute im Pre-Release. Das ist ja auch, äh, Rule-Enforcement-Level. Hat das überhaupt ein Rule-Enforcement-Level? Auf jeden Fall casual. Ja, genau, casual. Also, ich glaube, regular, aber, ja. Ja, oder regular heißt es, ne? Ja, man, man, es wird alles zurückgedreht, was man zurückdrehen kann, ohne eine Strafe. Ja, genau. Äh, Thomas, ja, gibt es. Es gibt so Punch-Out-Boards, wo so Schlösser drauf sind, in deinen Pre-Release-Kids und auch in den Boostern. Und die kann man dann tatsächlich einfach auf die Räume legen, die noch verschlossen sind. Das sind Planes. Das sind aber ne schöne Planes. Ja, und ich glaube, da wird jetzt zusammen geschoben. Und dann kommt die Konterattacke für 10, kommt dann nebeneinander. Ja, da hat es dann, ne? Ja, das Deck von Jens ist halt wirklich einfach auch eine sehr, ist einfach sehr, 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 sehr strong gewesen. Ja. Also, und er hat jetzt Mana gezogen, ne? Also, von daher, da könnte man dann wenig machen. Abgefahren. Abgefahrene Matches. 2-0 für Jens in der ersten Runde. Oh mein Gott, was hat Christian denn? Genau das meinte ich, der erwartet uns was. Oh. Und Bansy übt schon den Stair. Das kennen wir ja auch von Bansy. Wenn der in die Feature-Match-Area kommt, dann wissen wir immer schon genau, der hat halt irgendwie ein komisches Gesicht drauf. Ja, ja, ja. Der macht irgendwas. Ja, ja. Ich weiß nicht, was er machen wird, aber er wird uns auf jeden Fall überraschen. Keine Ahnung. Gehe ich auch von aus. Vielleicht hat er aber gleich eine Bockwurst im Gesicht, man weiß es nicht. Gucken wir mal. Runde 2 ist auf jeden Fall vorbereitet. Ja, geil. Ja, Benzel gegen Ormus steht auf dem Programm. Wir holen jetzt direkt mal den Ormus als erstes. Der ist ja so vorbereitet, ne? Also, da holen wir mal den Ormus dazu. Wir hatten ja diese Woche noch nicht mal Podcast-Aufnahme. Da sieht man den Ormus mal eine Woche nicht. Dann passiert hier sowas, ne? Ich wollte es gerade sagen, ey. Ich wollte es gerade sagen. Richtig gut. Gucken wir mal. Ormus, bist du es? Ich bin mir nicht sicher. Er ist es. Er ist es. Er ist okay. Bist du es wirklich, oder ist das dein alter Ego? Und dann ist die Frage, wie heißt dein alter Ego? Clown Ormus. Das merkt er dann im nächsten Podcast, ne? Nimmst du so auf? Aber dann müssen wir eine Videoaufnahme machen. Also, das geht nicht anders. Mein Kind hat darauf bestanden, ich soll euch doch ein bisschen scaren. Finde ich gut. Okay, ja, das hat, ehrlich gesagt, hat das ziemlich gut funktioniert. Also, ich bin ziemlich, äh, ziemlich geskehrt. Das ist schon ziemlich krass. Ey, wie kann das sein, dass wir dich jetzt im Feature-Match haben? Ich hab noch irgendwas von irgendwelchen Beschwerden. Shibi hat mir immer den schlechtesten Seed Pool-Schuh geschickt und so weiter. Was ist da los? Ah, ja, fairerweise muss man sagen, ich spiel auch von meinen acht Rares eine zum Beispiel. Noch so viele. Jetzt schon, also ich hab einfach zweifarbig Kurve gebaut, Removial reingepackt und René hat ein bisschen daneben gezogen, der Cremi. Das hat gereicht. Das hat solide funktioniert zumindest mal. Gefahr. Solides Spieltag, was ich habe, glaube ich. Okay, ja. Ich meine, ich hab's gerade hier. Ich würde auch sagen, es ist solide. Also, was es vor allen Dingen hat, ist in meinen Augen gutes, günstiges Removal. Sodass du diesen klassischen Bordplan, ich lege einfach einen Zwei-Drop, Drei-Drop und den Rest schieße ich einfach ab. Also, du legst einen Zwei-Drop mit Drei-Power, du legst einen Drei-Drop mit Vier-Power, dann schießt du zwei Touren um vom Gegner und dann ist er eigentlich auch schon vorbei. Also, so Magic, wie man 1997 gespielt hat einfach. Genau, einfach klassisch Oldschool-Kurve legen, angreifen und hoffen, es reicht. Eine Frage habe ich noch. Hast du irgendwie einen Überblick darüber, also hast du an so einem Finger dieses Sauerstoff-Messgerät? Also, bist du gut mit Sauerstoff versorgt, während du die Maske trägst oder müssen wir uns das sorgen? Sogar der Kiefer ist beweglich. Boah, ganz modern auch. Atmen, kein Problem. Okay, ja gut. Gut, dann müssen wir uns ja keine Sorgen machen. Also, höchstens vielleicht um Benze. Zum Glück seid ihr ja alle räumlich getrennt, das mussten wir einfach aus Sicherheitsmaßnahmen machen. Das können wir hier gar nicht verantworten, die Leute in einen Raum zu setzen heute. Das geht ja gar nicht. Geil. Ja, nice. Ja, wollen wir eigentlich loslegen, oder? Du hast auch Bock, weiterzuzocken, oder? Ja, sicher. Magic spielen immer bester. Ja, komm, dann machen wir das auch. Ich meine, beziehungsweise, wir quatschen nochmal ganz kurz mit Benze, beruhigen den vielleicht noch ein bisschen, trösten ihn ein bisschen. Mal gucken, je nachdem, wie da die Lage ist. Und dir auf jeden Fall... Jetzt dürfen wir nicht mehr... Ja, was? Ja, wir dürfen nicht mehr lange warten, weil Benze geht schon in Stellung. Also, der muss jetzt... Der wird ja auch nicht jünger. Wer weiß, wie lange die Posen noch gehalten werden können. Nein, ich glaube, Benze kann da noch lange durchhalten. Nein, aber ja. Christian, viel Spaß, viel Erfolg. Wir sehen uns vielleicht später. Oder sehr wahrscheinlich. Bis dann. Ciao. Ciao. Ey, Leute, das ist aber richtig gut. Na, das ist dieses Horror-Set Richtung Halloween. Da holen die Leute noch die Outfits raus. Finde ich geil. Mich hat er damit mega überrascht. Also, ich habe jetzt gerade den Svetl an und dann sehe ich Christian und denke mir, hä? Wirklich? Also, das wird... Ach so, jetzt... Aber guck mal, jetzt ganz tricky hat das wieder abgesetzt. Ganz schnell. Ganz schnell. Nur die... Ja, ja, ja. Das ist ja... Das ist professioneller Einsatz, würde ich sagen. Nicht schlecht. So, jetzt gebe ich Benze nochmal, nochmal Stichwort, Benze, damit er nochmal die Pose einnehmen kann. Pose, Benze. Dann ziehen wir den Benze jetzt mal rüber und hören nochmal, was der zu sagen hat. Benze, hallo, wir grüßen dich. Wie sieht's aus? Jo, du bist drauf. Let's go. Hey, gut. Geht's noch? Nächste Runde? Es geht, es geht. Der Christian ist ja auch nur ein Wolf im Schafspelz, also... Ja, das stimmt. Insofern. Also, gar kein Problem, sagst du. Brauchst du keine ertröstende Worte, beruhigende Worte. Gar kein Problem, wird durchgezogen. Naja, ich weiß nicht, so deckmäßig kann ich's gar nicht einschätzen. Offen gesagt. Okay. Also, ich bin natürlich auf die flashy Sachen gegangen. Ja, ja, ich seh da zum Beispiel ein so ein Enchantment, das so das doppelt schwarz kostet. Das ist halt eher so ein Benze-Spezial, würde ich sagen. Ja, aber wofür, weißt du, wofür ladet ihr mich denn ein? Für genau diese Sachen? Für einen Benze? Eigentlich für die Pose. Sorry. Nee, keine Ahnung, ich lese, jemand verliert die Hälfte seiner Leben, dann denke ich, ach cool, für jede Kreatur. Und dann denke ich, gut, dann, keine Ahnung, spiele ich alle Kreaturen, die ich irgendwie haben kann. Kann man ja auch machen. Wenn ich eh schon keinen Removal habe oder wenig und dann hoffe ich, dass ich irgendwie mit ein Paar durchkomme und dann am Ende ordentlich abgerundet wird oder aufgerundet im Abzug. Also ich meine, ich meine so ein paar Karten, die du hast, die du hast ja die erste Runde gewonnen, nehme ich an. Also so ein paar Karten. Ja. Ich weiß nicht, durftest du in der Zwischenzeit, hast du einmal Split-Up Resolved? Also den, diesen, den Wrath-Effekt? Ah, okay, weil der... Ja, das ist natürlich nett, um mal ein bisschen wieder Luft zu holen. Ich glaube, der ist halt wirklich kaputt, ne? Also der ist wirklich, glaube ich, eine gute Karte. Nico? Vor allem seit wann, seit wann kosten Border-Rapes eigentlich drei Mann? Ja, seitdem sie keine Vier-Manner-Rath mehr drucken, so weißt du. Vier-Manner machen wir nicht mehr. Ja, ist schon okay, klar. Also auf jeden Fall, nö. Also es ist, ich denke, es ist okay, die ein oder andere. Ich habe jetzt eben vorher diesen Löwen zweimal Resolved in beiden Runden, der ist ja auch relativ solide. Oh ja, 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 der ist sehr solide. Wenn man viele Kreaturen hat, also ja, es passt schon. Ich habe halt nur das Gefühl, so, ne, wenn da große Threads liegen, so der Single-Target-Remover ist so ein bisschen schmal. Ähm, gefühlt vielleicht. Ja, ja, ja. Wir sind tiefer drin im Set als ich, glaube ich. Aber, ja, jetzt, die zweiten Runden hat es gut funktioniert. Ich hatte ehrlich gesagt auch ein bisschen Glück durch die Draws meines Opponents, die sehr gütig waren mit mir. Okay. Mal gucken. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Ah, mal gucken. Ja, gut, okay. Mal gucken. Wir gucken mal, ja. Also wir gucken sehr gerne, ne? Also, Benze, wir sagen mal, viel Spaß, viel Erfolg. Danke euch. Genau. Ihr könnt also sofort loslegen. Yes. 60 Minuten Rundentimer. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. Bis später. Jo, viel Spaß. Ich bin sehr gespannt. Genau. Runde 2, ja, geht los mit dem Mulligan. Hervorragend. Das ist auch mal genau das, was man haben möchte, ne? Man freut sich schön auf das Event. Dann erst mal schön durch Mulligan. Ja. Erkennen wir alle. Oder? Kai? Schon mal ein fettes Event gehabt. Mulligan habe ich noch nie gemacht. Noch nie? Ah, ne? Okay. Okay. Ich kann mich, also meine schlimmste Mulligan Entscheidung, oder mein schlimmstes Mulligan, was ich jemals hatte, war 2013. Da gab es noch die Super Sunday Series auf Grand Prix. Also du kannst dich sicher daran erinnern. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer sich daran erinnern können. Das war ein Sonntagsevent, wo sich der Sieger qualifiziert hat für so ein Event im Wizards-Hauptquartier. Also bei jedem Grand Prix. Und da habe ich den Einzug in die Top 8 verpasst, weil ich im dritten Game auf 4 Mulligan musste, weil ich keine Länder vorher hatte. Oh ja. Das war ein unschöner Mulligan. Das bleibt in Erinnerung. Das bleibt in Erinnerung. Das ist 11 Jahre her. Das ist 11 Jahre her. Aber, ja. Ja, gut. So, Benz hatte nur Einzelplanes und Christian einfach mit dem soliden Gruhldeck fängt wahrscheinlich Turn 2 an. Ja, das Deck ist wirklich gut. Das hat einfach eine supergute Kurve. Spielt wenig Rares, aber einfach überall auf jedem Punkt der Kurve solide Spells. Da kannst du eigentlich nichts sagen. Ich bin sehr gespannt auf den Cryptid Inspector, den Christian im Deck hat, ob der irgendwie performt. Und hier haben wir jetzt einen Schrimms. Ne, ist ein Schimmer. Okay. Ein 1-1-Schrimms-Schimmer, der vom Schimmerleid ins Spiel gebracht wurde. Das ist auch eine schöne Karte. Also hier hätte man, finde ich, auch dem Schimmer gönnen können, dass die Taschenlampe equippt wird. Es gibt ja häufig diese Equipment, die sich dann sofort equippen. Das macht das Schimmerlicht leider nicht. Aber, na ja. Solide. So jetzt Christians bestes Play wäre die Twitching-Doll. Aber er hat auch definitiv viele andere Zweitraubs, nämlich insgesamt 5. Und die restlichen 4-2-Drops sind für 4 Removal-Spells. Also er hat 6 Removal und 17 Kreaturen. Und manifestiertes Grauen. Darf sich die obersten beiden angucken. Eine davon manifestieren. Und eine geht in den Graveyard. Er hat jetzt nicht so super viele, ich sag mal, Delirium-Synergien. Es gibt eine Karte, die wird dich auch freuen. Weil das ist quasi, wenn du so willst, eine lebendige Lava-Axt. Ich wollte gerade sagen, ist Lava-Axt in dem Set? Ich wusste schon, dass das kommt. Das ist ein 6-Mana-4-4er, der dem Gegner 4 Schaden macht an den Kopf. Das ist okay. Aber bei Delirium machst du so viel Schaden, wie du an den Kopf machst, auch an eine Kreatur. Oh, nett. Ja, das ist sozusagen sein großes Pay-Off, könnte man sagen. Gucken, okay. Ich glaube, Benze hat hier nur zwei Planes und Landrop gemisst. Und das ist etwas, was Christian natürlich, das Christian-Stack sehr gut ausnutzen kann, weil es einfach sehr aggressiv auf die Mütze gibt. Gucken wir mal, er dreht es direkt um. Nee, vielleicht auch noch nicht. Aber man weiß es nicht. Kann ja nicht so heftig sein, wenn es direkt umgedreht wird. Es kann im besten Fall 4 Power sein, ja. Also besser ist es nicht tatsächlich, ja. Der Schimmer ist, was kriegt der von dem, also von dem Equipment? 1-1? Plus 1, plus 1, genau. Okay, also 2-2er auch. Könnte man rein kaufen. Okay, ich denke mal, dass Benze... Nee, Benze nimmt es. Okay. Also im besten Fall... Oh nee, im besten Fall könnte es sogar ein 5-4er sein. Ah, das ist natürlich stark. Haben wir eben schon gesehen. Genau. Und jetzt hat er... Das ist aber auch risky von Christian gewesen. Weil wenn Benze geblockt hätte... Naja. Dann hätten sie getradet einfach, oder? Naja, genau. Aber ich glaube, Christian findet es ja schon gut, dass da jetzt manifestet wird, also... Den extra Value... Sonst eine Keatur anholen. Ist schon besser, ja. Schön vom Deck spielen, keine Handkarten investieren. Man spielt ja eh gegen einen Malligen. Mhm, genau. Da sind mehr Karten nochmal besser. Christian hat schon 2 Karten vorne quasi. So, und Christian legt Scorching Dragonfire in den Graveyard. Okay. Klassiker. Damit haben wir jetzt... Haben wir allerdings auch schon Delirium zu 3 Viertel aktiv. Also... Krass, wie schnell das geht. Mhm. Ja, ja. Mit Doppelmanifest und Benze passed in turn, weil keine Länder gezogen werden. Selbst so ein Classic-Tamogolf wäre jetzt schon ganz gut bei Ormos. Den gibt es leider nicht hier. Ne, der ist noch nicht mal Special Guest, ey. Traurig. Das wäre geil. Traurig. Tamogolf Special Guest wäre lustig. Ja, Christian kann jetzt hier natürlich frei aufspielen, während Benze da auf den beiden Plains liegen bleibt und einfach nur einen Lonely Schimmer liegen hat. Der zwar durchaus eine Taschenlampe hat, aber nun ja. Ja. Oh, 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 das war gefährlich. Das war ein Spelltable-Spezial. Ja, die Kamera von oben filmt mit. Und weißt du, was es war? Ne, so schnell habe ich es leider nicht erkannt. Du aber scheinbar schon. Ja, es war die laufende Lava-Axt. Es war die laufende Lava-Axt. Geil. Okay. Christian macht einfach Curve, ne? 2, 3, 4, gib ihm. Ja, supergut. Super, supergut. 4 Mana, 4, 4. Und wenn er nach dem Kampf überlebt, gibt es zwei Leben. Genau, genau. Das hat er damals auf der Straße so gelernt. Oh, egal. Und das hat er einfach, das zieht er jetzt durch. Ja, braucht er gar nicht, weil ich meine, da Benze keine Spells resolved, ist das Ganze auch immer ein bisschen schwierig. Schwierig dann, ne? Na gut, aber man braucht, also ich meine, es ist immer so ein bisschen das Problem. Ich meine, die Mana-Base von Benze ist jetzt nicht so schlecht. Er hat einen von diesen Common-Duel-Lands, die bei 13 Leben untappt ins Spiel kommen. Er hat eine Terramorphic-Expans. Also es ist jetzt nicht so, als hätte er ganz schlechtes Mana. Er hat halt... Es waren einfach keine Länder da. Er hat einfach keinen Mana. Das war, glaube ich, das ist... Genau, 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 richtig, ja. Ich wette, er hat Mulligan auf 6 gemacht und hatte die Doppel-Ebene schon auf der Starthand. War dann so, ja komm, mach ich jetzt Mulligan auf 5? Nee, ich halte lieber die 6 mit den zwei Ebenen. Das war wahrscheinlich das, was wir gerade gesehen haben. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Machste nix. Klassisches, machst du nix. Da sagst du Keep und dann geht man ins Spiel 2. Ganz schnell. Genau das. Bitte. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade, aber so passiert halt. Ja, das gehört dazu. Oh. Die Furcht, jetzt muss ich nochmal hier von Runde 1, ob ich vor irgendwas Angst habe. Die Angst vor Mulligan. Gibt's aber nicht als Karte, ne? Die Angst vor Mulligan gibt's nicht, ne? Hab ich aber da... Gibt's nicht. Komisch. Ich hab die ein bisschen. Also, nächstes Set dann vielleicht. Hier, 5, 6, 7. Ja, es gibt, was ich sehr schön finde, es gibt die Angst, davor, einen Test nicht zu bestehen. Ist ein Klassiker. Und die hat halt witzige Power-Toughness, weil die hat halt 2,7. Das ist halt so ein bisschen so metamäßig. Naja, wenn du 2 von 7 Punkten hast, dann bestehst du den Test halt nicht. Das ist nicht so gut, nee. Naja, das ist eigentlich ganz witzig. Okay, äh... Aber warum... Was macht er jetzt? Ist das der zweite Mulligan oder der erste? Benze Mulligan sich einmal durch sein komplettes Deck durch, so wie's aussieht. Ja, unangenehm, aber... Ja, schade. Mulligans, die man nicht nehmen möchte, haben wir eben schon drüber geredet. Aber ich glaub, das hätt ich einfach gehalten, oder? Ich hab's leider nicht komplett gesehen. Ich hab zwei Länder gesehen. Ein blaues und ein schwarzes Mana. Und dann, ja. Ja, besser als der, wobei, die erste Hand war halt ähnlich. Mulligan auf 6, aber Mono weiß. Ja, mal gucken. Ich glaub, es ist ein Mulligan auf 6. Ich glaub, ich seh kein... Ah, doch, ich seh Länder. Ja. Okay. Es ist ein Mulligan auf 6. Ja. Überlegt er ab, wenn man eine zweite Karte weglegt? Oh oh. Ja. Ja. Okay. Immerhin das blau-weiße Dueland. Das ist ja quasi ein Anmalligen. Ja, quasi. Oh, Malligen auf 5, wenn man ein Spiel hinten ist. Oh, muss nicht sein. Oh, muss schön mit dem Dueland auch. Ja. Und da kommt jetzt aber hoffentlich was Gutes. Ja, gut. Immerhin der Egel. Der ist 2-Mann-2-2. Und immer wenn er ein Enchantment entert, machst du dem Gegner einen Schadenspunkt. Das kann ganz gut sein, definitiv, ja. Im Constructed auf jeden Fall. Jetzt hier im Seal-Deck. Gucken wir mal. So 1, 2 Life Loss. Wie leicht. Was ich meinen? 2-Drops braucht man halt. Okay, das gleiche Play bei Ormus. Hier wird wieder manifestiert. Aus den obersten 2 ist ja das neue Manifestieren. Genau, er hat ja auch, ja, er hatte auch 2 von. Also Manifest Red hat er auch 2-Mann im Deck, also von daher. Das Einzige, was mir an Manifest Red an der Karte nicht gefällt, ist der Flavortext. Der hätte nämlich auch Manifest Red sein müssen. Hatten wir ja schon das Thema. Exactly, genau das, ja. Dann wäre die Karte perfekt, meiner Meinung nach, wenn einfach 3-Mann-Manifest Red draufstehen würde. Aber na gut, man kann nicht alles haben. So, gucken wir mal. Benz hat immerhin 3-Mann-A und vor allen Dingen alle Farben. Und da ist die, tja, ich weiß leider nicht, wie sie auf Deutsch heißt. Cynical Loner, also Einzelgängerin, zynische Einzelgängerin oder so wahrscheinlich. Das ist auch eine schöne Karte, die finde ich vom Design her cool. Die kann nicht geblockt werden von Glimmer. Gut, Glimmer gibt es jetzt nicht so viele, aber gibt es ein paar. Und bei Survival, die hat einen ganz untypischen Survival-Effekt. Also nämlich in der zweiten Mainphase, wenn sie getappt ist, darfst du deine Library nach einer Karte durchsuchen und sie in den Graveyard legen. Das ist interessant. Das ist sehr schön für Re-Animator, für Delirium. Also das macht, und gegebenenfalls kannst du natürlich, wenn du genug Länder hast, auch einfach Länder in den Graveyard legen, damit du sie nicht mehr so ziehst. Ja, schön das Deck ausfüllen. Ja, das finde ich, ist einfach ein cooles Design. Gefällt mir auch sehr gut. Da ist es im Land. Den Dämonen geht hochmelden und wiederbeleben. Hat es ja fast geschafft, Herr Benze. Genau. Die Beschauerin. Beschauerin ist auch einfach ein schöner Name. Ja, die wird immer größer, wenn du manifestierst oder aufdeckst. Also quasi perfekt für das Deck. Die ist 2-3 und wird halt immer größer eigentlich. Und Wachsamkeit noch, glaube ich, ne? Und genau, richtig. Auch ein schöner Effekt. Ja, genau. Mit dem Manifestierten. Mit dem Manifestierten. Manifestierten, jedenfalls. Ne, leider nicht so. Okay, gucken wir mal weiter. Benze, passt den Turn, hat noch zwei Handkarten. Und Christian, okay. Christian hat, glaube ich, noch 1000 gefühlt. Ja, der hat quasi noch nichts ausgespielt. Gefühlt. Landrobes kommen auch rein. Ich schätze jetzt mal, er spielt wieder wie eben schön on Curve. 2-3-4. Vielleicht 2-2. Können wir auch mal machen. Oh, interessant, dass er getradet hat. Ne, gar nicht so interessant. Das war ein Mountain. Ich wollte gerade sagen, man hätte ja noch hier die Beschauerin größer machen können. Aber ne, nicht mit einem Gebirge. Okay, das ist auch nur so eine faire Karte. 3-Mana, das ist die Spinne. 3-Mana, 4-2-Reach. Aber wenn sie stirbt, kriegst du zwei Leben. Und sie ist halt deshalb gut, weil sie 4 Power hat und ein Enchantment ist. Also sie kann auch relativ schnell Delirium enablen. Das ist halt auch gut. Ja, das ist tatsächlich nice. Ziemlich offensive Spinne. Ungewohnt. Ja. Mit 4 Power. Ist gut. Sehr offensive Spinne. Da haben wir die, das ist der Glimmerseeker, glaube ich. 2-Mana, 2-2. Und eines Gremlin-Thema heißt die. 2-Mana, 2-2. Und immer wenn ein Enchantment entert oder du einen Raum vollständig geöffnet hast, kriegst du ein 1-1-Gremlin. Oh, auch nett. Ja, blau-weiß ist ja in dem Deck, ist ja in diesem Format oder in diesem Set eher so ein tempoorientiertes Deck. Also es geht so ein bisschen darum, aggressiv zu sein und Enchantments zu legen. Da passt die halt sehr gut rein. Und da haben wir, glaube ich, ein Bombardment. Ja, Ormus betritt den ersten Raum. Ah, da sehen wir das auch. Hatten wir auch schon die Frage heute. Gibt es da so Marker? Aber hier beim Pre-Release-Kit sieht man jetzt, der eine Raum ist noch versperrt, der rechte bei Ormus. Gibt es den passenden Marker dazu? Genau, und die linke Hälfte macht 4 Schaden. Und die rechte Hälfte ist ein Enchantment, das im Endstep immer für 1 pinkt. Ist jetzt nicht super stark, aber in Summe ist es halt eine gute Karte. In Summe ein Remove, was noch später was machen kann. Definitiv nett. Was kostet das, um die rechte Seite aufzusperren? 5. Für, nicht wenig, aber besser als nix. Ja, Benze. Benze braucht jetzt auf jeden Fall eher so ein Wundergottes, damit das hier noch was wird. Der Doggo? Oder wieder die Damnation. Zorngottes gibt es diesmal nicht, ne? Day of Judgment war, glaube ich, Special Guest im letzten, ne? Ja, ich glaube auch. Zorngottes gibt es nicht, genau. Diesmal nur Damnation. Okay, Zug ist gepasst. Benze muss was Gutes ziehen. Das ist was Gutes. Das ist zumindest... Ja, er guckt kritisch. Vielleicht gibt es da noch Möglichkeiten. Ist halt nicht leicht. Was haben wir denn da? Mit 3-1-er, 2-3-4-2 und den Raum. Also ich glaube, dass... Er scheint ja jetzt nichts super krasses zu haben. Orbus wird nochmal einen fetten Angriff drücken. Und dann vielleicht den Raum aufdecken, ne? Und dann wartet man halt einfach. Genau, Benze passt ja auch den Turn. Ich meine, mit Splitup kann man vielleicht was machen. Mal gucken. Ich meine, vielleicht ist jetzt noch ein schönes Removal dahinter. Aber Angriff alle. Ja, auf jeden Fall. Hält man wahrscheinlich... Oh, den Kollegen in die Spinne rein, wollte ich sagen. Aber... Wird da noch was reingeflasht oben? Vielleicht. Ja, vielleicht. Das Priced Amalgam oder Appendage Amalgam. 3-1-er, 3-2-Flash. Und wenn es angreift, so wählst du eins. Okay. Also, das ist halt eine Karte, die okay ist und die ein bisschen besser als okay ist, weil sie eben auch eine Enchantment-Kreatur ist und damit eben auch zwei Typen in den Graveyard legt. Oder zum Beispiel, die bei der Gremlin-Zähmerin dann halt einfach ein Gremlin dazu packt oder so. Also, Enchantments haben hier halt einen gewissen Mehrwert, aber auch gleichzeitig einen gewissen Wenigerwert. Denn Enchantment-Kreaturen werden von Removal und von Dissage Chance getroffen. Genau. Viel leichter abgeräumt. Ich bin gespannt, wie Benze jetzt blockt. Also, einer geht in die Spinne. Das überrascht mich jetzt nicht. Ja, die Spinne muss weg. Aber es klacken alle an. Mhm. Ja, ich meine, vielleicht blockt man mit dem 2-2-er auch noch den 3-1-Hund oder so, hätte ich vielleicht gesagt. Nimmt dann eine 2, geht auf 10. Das ist nicht ganz so gefährlich. Ah, ne, man nimmt den 2-3-er mit. Und blockt die Spinne gar nicht und nimmt eine 7. Oh, das ist aber wirklich gefährlich. Ich glaube, der Plan ist wie vorher. Ich glaube, Benze hat Split Up. Ah, okay. Und diese Kreatur hat halt Vigilance. Dadurch ist sie nicht getappt. Wenn er sich jetzt gleich entscheidet zu sagen, destroy all tapped creatures, dann werden zumindest mal die anderen Beine abgeräumt. Das ist der einzige Grund, warum du so blockst. Ja, stimmt. Das wird sein. War so eine Backup-Spinne noch bei Ormus dahinter? Ich meine, selbst dann ist es leider nur ein 2-4-1. Aber, naja, besser wird es dann an der Stelle leider nicht, ne? Ne. Also, wenn er es hat. Wie viel Mana kostet das? 5? Äh, 3. Oh, 3. Ah ja, stimmt. Must-Remove kostet jetzt 3. Stimmt, da war ja was. Genau, genau. Das ist jetzt ein bisschen günstiger geworden, ja. Also, das wäre auf jeden Fall okay. Dann hat man auch immer noch den Blocker, um mit der übrig gebliebenen Spinne zu traden sogar. 4-2. Ja, ja, das würde... Ja, ja, klar. Also, da ist es auch split up. Er hat jetzt auch keine Zeit mehr. Er muss jetzt machen. Ah, das ist auch noch, äh, wähle entweder getappt oder ungetappt. Genau, richtig, ja. Und nett. Ja, das ist eine der besten Karten im Limited. Die ist relativ gut, ja. Die ist wirklich sehr, sehr gut, ja. Zum Gegner macht Angriff alle. Ja, tschüss. Einseitiges Mars-Removal. Ja, okay. Spinne bleibt liegen. Man hat den Blocker. Christian hat noch 2 Handkarten. Ich glaube jetzt 3. Jetzt glaube ich auch 3. Schau mal, keine Kreatur mit Eile, wie der Nemesis im Deck oder ähnliches. Ah ja, Nemesis. Das ist auch eine sehr gute Karte, ja. So, da werden 2 live gegaint. Ormus auf 21, Benze auf 5. Ormus Handkarten und Räume. Ja, Board ist leer, also. Aber da kommt einfach ein 5-4er reingeäumelt. Oh, das ist der, den Jens immer vorgezeigt hat mit dem Deal-Damage-Spell, oder? Nee, Jens hat immer den weißen, den weißen Flieger vorgezeigt. Stimmt, im zweiten Spiel, im ersten Spiel hat er ja, glaube ich, den. Im ersten Spiel hat er den 7-6er vorgezeigt, der Landcycler. Ja. Oh, oh, das ist ja tricky. Ja, das ist auch schön. Das ist ein Removal. Das splasht, äh, Benze. Comeback wrong. Das zerstört eine Kreatur und du kriegst es, du kriegst es wieder. Also das kommt unter deiner Kontrolle ins Spiel zurück, die Kreatur. Und im Endstep wird sie dann geopfert. Aber die, das Beastie, das Ormus liegen hat, das manifestet, wenn es stirbt. Das bedeutet, also sowohl Ormus kriegt jetzt ein Manifest, aber tatsächlich kriegt Benze auch ein Manifest, weil er ja diese Kreatur kriegt und sie in seinem Endstep stirbt. Also beide kriegen ein Manifest. Zack, da bin ich noch gecheckt. Das war easy. Die Pläne brauchen wir nicht mehr. Ja. Und Benz hat noch zwei Handkarten. Benze, also ich meine, wir müssen uns immer noch mal ins Gedächtnis rufen. Benz hat hier On The Plain Mulligan auf 5 gehabt. Also quasi virtuell drei Handkarten weniger. Oh ja, das verhält das sehr gut gerade. Und battlet hier einfach noch mit. Oh, was haben wir da? Squashing Dragonfire. Genau. Das ist drei Schaden auf eine Kreatur, oder? Und Exile sogar. Oh, das waren die Twins, die geexiled wurden. Ich meine, das hat keinen Unterschied gemacht. Roller Play auch am Start. Ja, Christian. Christian aber auch einfach auf dem guten alten 5-Mana-All-Spells-Train. So, wie es sich gehört. Benze hat noch zwei Karten. Mass Removal hat er schon gespielt. Was will er noch machen? Ja. Eine Dimension aus dem Ärmel zaubern. Das wär's noch. Aber ja. Snapcaster Mage vielleicht. Snapcaster Split Up. Ja. Das geht. Das wär gegangen. Aber ja, Maligen auf 5 on the play. Gerade im Limited, ne? Im Limited hast du ja meistens, also es sind Karten wert. Also es ist eine Karte ja so viel mehr wert als im Constructed. Ja. Ja, das ist krass. Ja, da kann man wenig machen. Ja. Kai, wie sieht's aus? Können wir ins Finale? Bisschen wir noch Karten umsortieren? Sieht's aus? Naja, wir können auf jeden Fall ins Finale. Auf jeden Fall. Ich bin bereit. Der Finaltisch ist auch bereit. Dann schauen wir da mal rein. Geil. Ja, wie gesagt, Finale Ormus gegen Jens. Die Decks haben wir beide schon mal in Aktion gesehen. Jetzt geht's nur noch so ein bisschen die Vibes einfangen, würde ich sagen. Mal Moderation. Holen wir den Ormus als erstes drüber. Mhm, 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 mhm. Ormus. Hallo, hallo. Hello again. Nee, 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 nee. Das ist nicht Ormus. Das ist Jason mit einer Ormus-Maske. Klaunus. Ich hab euch extra geschont diesmal, ja. Oh, Glück gehabt. Insofern. Glück gehabt. Wir nennen wir es, wir wurden geschont. Ja, aber läuft. Ja, läuft, Christian, ne? Läuft. Dafür, dass du gar nicht so begeistert warst. Ja, erst rumgejammert im Podcast-Chat, ne? Nee. Nee? Tatsächlich ist es genau passiert, was wir alle vorhergesehen haben. Das Deck ist ganz fair, hat halt super Kurve und panischt halt jeden, der irgendwie ein bisschen stolpert. Das hab ich gemacht. Zweimal. Ah, okay, tatsächlich. Jetzt haben wir allerdings da Fairness halber schon Decklisten getauscht, der Jens und ich. Und Leute, ich krieg gleich richtig ne Abreibung. Ich glaub, das Deck ist spürbar besser von Jens. Aber ich werd mein Bestes geben. Naja, du hast viel Removal, ne? Also du hast halt viel Removal. Du kannst halt diese mittelmäßig guten Kreaturen ganz gut abräumen. Vielleicht wird's mit dem Wurm ein bisschen schwierig, aber der Rest geht. Ja, dreimal diese beste grüne Kammensame ist auch eine gute Ansage für so einen Deck. Das stimmt. Ja, ja, ja. Also es steht nicht zu Unrecht im Finale. Ja, ich glaub, die beiden Nix sind tatsächlich, äh, die spielen jetzt aber auch, glaub ich, beide gegeneinander relativ faires, äh, Magic, wir drehen seitwärts, wir hauen uns auf die Mütze. Also, nix ist alt für Trixie. Das ist das, was wir sehen wollen, ehrlich gesagt. Ja, geil. Chat auch. Drei seitwärts drehen auf die Mütze geben, genau dafür sind wir hier. Nicht zu Trixie, nicht zu Splashie. Wir geben und einfach ab in die Sicht. Schön draufhauen. Geil. Ja, das klingt gut. Ja, dann nochmal abschließend. Daumen sind gedrückt. Für den, wir dürfen ja hier keine Partei ergreifen, aber du kannst ja, du bist ja in so einem Podcast, Christian, hab ich gehört. Ja. Deine Podcast-Kollegen würden sich bestimmt freuen, wenn du für den Podcast hier den Titel holst. Ich werde mein Bestes. Diese beiden Kollegen drücken dir die Daumen, hab ich gehört. Ja, viel Spaß. Bis später. Danke euch. Bis dann. Geil. Ja, aber es wird hart, ey. Das Deck von Jens ist ein Brecher. Definitiv. Ja, definitiv. Es ist vermutlich das beste Deck, was wir gesehen haben. Zumindest von denen, die ich jetzt so gesehen habe. Aber Ormus on Curve hat auch gut abgeliefert. Das, was wir gesehen haben, war ziemlich, ziemlich gut. Curve muss, ja. Curve muss, muss deliveren. Curve muss, Clown muss. Der muss. Der muss auf jeden Fall abliefern. Holen wir nochmal Jens kurz dazu. Gucken wir mal. Jens. Finale. Was sagst du? Ja, ich freue mich. Ich glaube, ganz so leicht wird es nicht, wie es gerade vermittelt wurde für mich. Ja, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, der Ormus übertreibt da ganz gerne mal. Der hat nämlich viel gutes Removal auch. Also das ist schon... Also ich bin zufrieden mit dem Deck, nachdem ich das jetzt auch mal gesehen habe im Spiel. Aber gute Curve, wenn man das sieht. Und gutes Removal ist, glaube ich, im Limited dann immer noch sehr stark. Definitiv. Aber ihr genau, also das, was Christian schon gesagt hat, ihr spielt schon beides relativ faire Magic. Also ihr spielt beide relativ faires Magic. Ja, da sind keine so Bugs drin, die einfach alles fertig machen. Genau. Ja, das wird, glaube ich, ein gutes Finale. Däumchen sind gedrückt, natürlich auch an dich. Also zumindest, dass ihr halt faire und gute Spiele kriegt. Kein mal legen auf fünf, wie gerade in der Feature-Match-Area, sondern einfach gute Games. Ihr zieht euer Mana zusammen und wir haben was zu kommentieren. Das wäre nice. Ich gebe mein Bestes. Sehr gut. Das klingt hervorragend. Jetzt haben wir eben bei Ormus schon gesagt, er holt eventuell oder hat die Chance, den Titel für seinen Podcast zu holen. Jetzt hier nochmal hier. Shoutout, Elder Demon Highlander. Also hier die Chance für Team Elder Demon Highlander. Absolut, ja. Titel abzuräumen. Ey, Jens, ja, viel Spaß. Viel Spaß, viel Erfolg. Das muss man mal machen. Das kann man mal machen. Ja, let's go. Wir können sofort loslegen. Viel Spaß im Finale. Und dann sehen wir uns, wenn es vorbei ist. Bis dann. So, dann gucken wir mal. Die Stimmung ist aber gut da unten. Bei beiden, so wie es aussieht. Cool. Finde ich gut. Sehr gut, ja. Absolut. Naja, ich meine, es wird vielleicht gleich noch ein bisschen hitziger. Die spielen ja um was, ne? Gucken wir mal. Ja, das stimmt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sehr gut. Richtig gezählt. Okay. Ja. Ja, da wird ein bisschen Kopfkratzen betrieben. Zumindest bei Christian. Ja, Jens, weiß ich nicht. Jens braucht halt Tron, ne? Wobei, ehrlich gesagt, er hat ja auch nur zwei Karten im Splash. Also, die sind jetzt auch nicht so super wichtig. Ah, Christian Malligen hat sich gesagt, nee, komm. Ich kann nur Kurve. Wenn ich keine Kurve mache, kann ich auch nochmal neu nehmen. Ah, wie sieht's aus? Was sieht's aus? Ich glaube, Jens hat hier einen Keeper. Oder er betet noch, dass oben alles... Ist das schon entschieden? Ich glaube, es sieht entschieden aus. Ich glaube, da ist ein Keeper. Na gut, okay. Ah, heißt ja nichts. Es soll ja Menschen geben, die auch mit einem Malling of Six schon mal Magic-Spiele gewonnen haben. Hab ich schon mal auch gehört von, ja. Ja. Da geht einiges. Aber muss halt nicht sein. Ja, stimmt. Eine gute Sechs. Ja, eine gute Sechs kann ja was machen. Christian braucht doch nur sechs Karten. Drei Länder, drei Spells. Ab geht er. So, gucken wir mal. Ja. Ich glaube, er sieht ein bisschen glücklicher aus. Ja, wie gesagt, wichtig ist, dass er halt... Also, falls er jetzt on the play ist, er muss halt Turn zwei was legen. Also, sein Deck spielt halt von vorne auf jeden Fall besser. Aber vielleicht ist er auch on the draw. Hat er den Dyeroll verloren? Ich glaube, es geht los. Ja. Almost is on the play, glaube ich. Immerhin on the play. Aber Malling of Six. Let's go. Das Finale. Kein Lano war elf Turn eins. Kein Lano. Misplay. Schlecht eröffnet. Ja, nix. Ja, okay. Also, Planes für Jens. Und jetzt kommt der wichtige Two-Drop. Oh, oh. War sogar ein rotes Mana. Sehr gut. Das rote Mana. Und Manifest Dread. Nee. Oh. Die tatsächlich die einzige Rare in seinem Deck. Die aber auch wirklich sehr, sehr stark ist. Zuckende Puppe. Zwei Mana 2-2 ist ein Mana-Dork. Also, er tappt einfach für Mana einer beliebigen Farbe. Und dann legst du eine Nest-Marke da drauf. Du kannst sie aber auch opfern. Und dann erzeugst du eine 2-2-Spinne mit Reichweite für jede Nest-Marke. Also, das ist ein Mana-Dork, der im Late-Game fünf oder sechs war ein Mana-Dork. Start mit dem einen Mana spontan noch im Endspiel. Aber, to be fair, das ist kein guter Removal. Das ist kein guter Removal-Spell. Deshalb, Christian behält was übrig und hat jetzt, wenn du so willst, anmalligt. Weil sich Jens selber getuverwarned hat. Also, wir sind jetzt wieder, wir sind jetzt wieder, äh, break-even. Absolut fair wieder unterwegs. Und Christian hat immer noch was auf dem Board, ne? Also, es ist halt noch was auf dem Board. Der 2-2-er ist manifestiert. Wir wissen zwar nicht, ob es ein Land- oder eine Kreatur ist, aber der 2-2-er liegt. Deswegen, ja, hast schon recht. Das ist jetzt wieder fair. Es könnte ein 5-4er sein. Also, er könnte jetzt Land-Attack für 5 machen, wenn es der 5-4er ist. Das wäre relativ gut, ja. Das bestmögliche Play. Es könnte auch wieder der 3-2-er sein, der Manifeste-Post-Combat. Das wäre auch super. Das haben wir ja im letzten Game gegen Benze gesehen. Ist das? Nee, aber es ist immer ein 4-Power-Dude. Das ist die Spinne. Das ist die Spinne. Ja, ich meine, das ist halt schon auch ein Attack gewesen für 4. Ja, für 2, für 4. Und da haben wir... Ach, der Land-Cycler, ne? Der Land-Cycler, genau. Den nutzt Jens ja normalerweise immer, um seine Removals aus der Hand zu casten. Aber auch, was das für eine geile Synergie ist. Man kann ihn vorzeigen. Man kann ihn auch auf der Hand behalten, um ihn dann später einfach wegzucyclen, je nachdem. Das gefällt mir gut. Generell, Cycling ist eine meiner Lieblings-Limited-Mechaniken. Also, Classic-Cycling. Länder-Cycling ist auch cool. Mag ich auch. Classic-Cycling ist richtig geil. Also, bei mir auch in Top 3 aller Limited-Mechaniken, Cycling auf jeden Fall drin. Außer in Ikoria, da war es nicht so geil. Da war es einfach zu gut. Genau. Und da haben wir den 2-2-Death-Toucher. Und für 1-Mana kommt noch, vielleicht der Überlebende. Na, oh, auch gut, die optimistische Plünderin. 1-Mana, 1-1. Und immer wenn ein Enchantment das Battlefield betrifft, also bei Eerie, legst du eine Plus-1-Plus-1-Marke auf eine Kreatur. Jetzt muss Christian seine Removals zünden, damit der 4-2-er weiter angreifen kann. Genau. Es reicht, es reicht. Genau, so ein kleiner Burn auf den 2-2-Death-Toucher. Und dann einfach weiter für 4 kloppen. Das ist das, wo Christian jetzt hin will. Gucken wir mal. Ich meine, er hat halt 700.000 Removal im Deck. Also, mit 700.000 meine ich 6, aber fast. Das ist fast das Gleiche, ja. Er greift einfach an. Indem es ja heute mit der Mathematik nicht so ernst. Und das wird getradet. Christian kriegt 2 Lebenspunkte. Naja gut, ich meine, vielleicht legt Christian einfach eine weitere fette Kreatur nach. Ne, legt er nicht. Nur ein Manifest Dreader. Da habe ich was Stärkeres erwartet. Ja, ich hatte auch... Ja, hätte ich ehrlich gesagt auch. Vielleicht kommt noch ein Land-Drop und noch ein Two-Drop oder sowas. Oh, Angst vor dem Feuer. Was passiert damit? Ne. Ah, die geht in den Graveyard, okay. Und ein Tap-Land. Ah, Christian fehlen, glaube ich, einfach Länder? Ja, weiß ich nicht. Was haben wir denn? Wir haben jetzt Sorcery, Enchantment, Kreatur, Land, Artefakt. Christian hat im Moment 5 von 4 Delirium. Tamo Golf F5, 6. Oh, und da haben wir jetzt die Karte, die ihr mit Tech, glaube ich, immer eine Plus-1-Plus-1-Marke verteilt. Ja. Und da ist jetzt schon eine Marke drauf und sie greift an und da kommt nochmal eine Marke drauf. Da kommt eine Marke drauf, weil es ein Enchantment war. Und dann nochmal mit Tech noch eine Marke. Jetzt geht ja... So kann man langsam loslegen, ja. Ja, da geht Jens jetzt auch so langsam rein. Also ich meine, Christian hat, wie gesagt, viel Removal. Aber, ja, dass die Angst vor dem Feuer im Graveyard ist, ist sehr schade. Das ist eine gute, eine der guten Delirium-Payoffs für ihn. Naja, mal gucken. Mal gucken. Game ist ja noch nicht vorbei. Gucken, was Ormus noch dahinter hat. Oder vielleicht da schon im Spiel hat auch. Ja, ich meine, da könnte ein alter Nackt... Landrop, Aufdecken, Smash. Landrop, Aufdecken, Smash, genau. Das ist ein T-Shirt, das ich mir letztens hab drucken lassen. Landrop, Aufdecken, Smash. Genau, richtig. Das sagt man ja öfters. Genau. Demnächst im Solaris-Merchandise-Shop. Ja, absolut, ey. Sehr gut. Jetzt fehlt das Aufdecken. Weil Christian... Ja, nee, da ist es tatsächlich. Landrop, Aufdecken, Smash! Christian hat sich auf jeden Fall ein T-Shirt verdient. Was soll ich sagen? Ja, wenn das dann rauskommt, das erste geht an Christian, hab ich gehört. Das ist eine Tag für fünf gewesen. Und auch das Bashful-Beastie-Gerät. Wenn es stirbt, manifestet man. Also Christian, man wird halt nie keine Kreatur haben, weil alle immer in irgendwie eine, keine Ahnung, eine weitere Kreatur stirben. Ja, super gut. Vorbild auch super gut. Vorbild auch sehr, sehr, sehr gut, ja. Das Tempo könnte aber ein Problem werden. Und jetzt kriegen wir eine Kreatur mit Death-Touch wieder. Das ist halt sehr schlimm. Also wir triggern erstmal, wir triggern erstmal die optimistische Plünderin. Und ich würde die Marke direkt auf das Vorbild legen, weil wenn das stirbt, genau, dann verteilt man die Marken halt weiter. Und ich glaube... Wobei, das Vorbild hat eine Fähigkeit, wenn er oder eine andere Kreatur stirbt. Also selbst wenn die Plünderin stirbt, darf man die Marken auch verteilen. Das ist ja völlig frech. Ja, das Vorbild ist krass. Ja, aber was ist das denn bitte für eine Synergie hier jetzt? Auch noch die Marken, die verteilt werden von der Kreatur, von dem Enchantment? So kommt man halt zurück ins Spiel. Was Christian braucht, ist ein Scotching Dragonfire auf das Role Model. Und dann nochmal ein Removal für den Death-Toucher. Und dann am besten, keine Ahnung, noch ein bisschen anderer Krams. Dann selber noch eine große Kreatur, ein Finisher oder so. Ja, genau, sowas wäre sehr, sehr gut, ja, absolut. Und dann nebenbei aber nicht von der Plünderin plattgetreten werden. Die kommt nächste Runde für 5-5, dann 6-6. Die ist ja auch nicht mehr ungefährlich. Da ist das erste Removal aber. Mhm, Scotching Dragonfire auf das Role Model. Nee, auf den... Interessant. Keiner schießt auf das Role Model heute, auf das Vorbild. Das hatten wir vorhin schon mal. Mhm. Ah, ah. Ah, jetzt hat er noch vielleicht den Raum bei Schaden oder sowas. Ja, aber dann wäre es trotzdem andersrum besser gewesen, weil mit dem Scotching Dragonfire Exile zu der Kreatur, das heißt, der Trigger vom Role Model passiert. Ja, stimmt. Kommt aber erstmal nix. Da ist aber noch was. Also ganz offensichtlich war da ja noch was. Ja, ja, ja. Oder Christian hat geschickt angeschaut. Meister Illusionist, ein bisschen die Länder hin und her gedreht. Ja, kann auch sein. Nee. Ah ja, okay. Und dann wird... Das ist nix. Ja, das ist der Fight-Spell. Aber er zeigt jetzt einen Fünfmann. Okay. Oh, oh. Ich glaube, da hat sich Christian schwer vertan. Ja, geht. Er hat halt eine Marke sich sparen können, ne? Ja, aber er hätte auch zum Beispiel die Kreatur nicht zeigen müssen. Ah, joh. Also. Zu Sicherheit. Sicherheitshalber nochmal reingehalten. Ja, ja, ja. Fast. Ja, okay. Ja, gut. Ja, welche Karte ist das nochmal? Aber ich meine, die ist fünf, sechs. Christian hat jetzt noch eine Handkarte. Er hatte zwei Removal. Ja, aber guck mal. Wie groß ist das Ding denn jetzt? Was hat denn da? Was hat Jens da? Die ist jetzt fünf, fünf. Quasi sechs, sechs. Die wäre nur vier, vier. Na gut, das macht keinen großen Unterschied, wenn sie angreift. Ja. Aber kann sie angreifen. Gucken wir mal. Gucken wir mal, was Jens noch so hat. Ja, wird knapp auf sechs. Da sehen wir schon mal Mana. Ja, wird angegriffen. Da ist der Angriff. Bonusmarke ist da vom Raum. Das Followerplay wird halt unfassbar interessant gleich. Ja. Das ist ein gutes Game. Ja. Virtuell auf zehn, merken wir uns das mal. Oh. Und für sechs Mana kommt der fünf, vier, vier, fünf Flieger. Ja. Boah. Okay. Der ist solide. Der ist solide. Solide würde halt jetzt gegen Bashful Beastie traden. Was ehrlich gesagt auch okay wäre. Ja. Weil dann kann man manifestieren und man legt halt einfach den Menace Boy nach. Ich glaube, das ist alles in Ordnung. Hey, Underworld Championship. Schön, dass ihr reinschaut. Das ist Tobi, oder? Ja, das sind die Fans hier von Elder Demon Highlander. By the way, Props an das neue Intro von der neuen Underworld Championship. Sieht richtig nice aus. Hab ich vorhin schon reingeguckt. So, okay. Oh, Moment mal. Oh, dann hat Jens ein Removal, oder? Wenn er die nimmt. Dann wird jetzt einfach ein Removal kommen und dann ist es Liefel. Und dann Lethal Swing. Ah, nee, aber das ist der... Eile Wurm. Der Eile Wurm. Ja. Das reicht halt auch. Fünf, zehn. Ohne Removal. Das sind genau zehn, ja. Boah, drüber gesmasht. Und da hätte man jetzt tatsächlich... Wenn man den blockt... Nee. Nee. Witzigerweise wäre es egal gewesen. Der eine Schaden hätte tatsächlich nichts gemacht. Oder die eine Marke hätte exakt nichts gemacht. Das waren noch kein Maligen, oder? Nein. Ja, weiß ich nicht. Er mischt jetzt so lange. Könnte schon das zweite Mal sein. Ach komm, Moment. Einmal ausgleichen. Für die volle Distanz einmal ausgleichen. Ich wollte gerade sagen, für die volle Distanz, ja. Das wäre schon geil. Das würde ich schon auch feiern. Gönn mal. Genau. So, wir sehen... Oh, muss gönn doch mal. Jetzt sehen wir es natürlich nicht, weil es immer sieben Karten sind. Ja, schlecht, dass sie das geändert haben, die Maligen Regeln. Ja, Mann, ey. Keiner an uns gedacht in der Moderation damals. Nee, wirklich. Damals nicht. Echt. Nee. Sieht so aus, als würde man überlegen, welche Karte man drunter legt. Bitte nicht, Ormus. Halt einfach sieben. Ist gar keinem aufgefallen. Einfach halten, genau. Einfach keep sagen. Ja, keep. Ja, sehr gut. Okay, perfekt. Mit Fettschland auf der Eins. Mana Probleme gelöst. Perfekt, würde ich sagen. Wie viele Terramorphic Expanse spielen wir denn? Ah, wissen wir nicht. Okay. Man sieht auch noch ein paar Sideboard-Karten. Okay. Christian hat in seinem Seed-Deck zwei Sideboard-Karten. Also, das ist halt... So, ich mache nochmal... Ich habe die Decklisten schon mal gezeigt. Aber jetzt für die Leute, die natürlich nochmal Interesse haben, werde ich hier nochmal eben schnell die Decklisten reinposten. Was ihr gegebenenfalls auch mal nachschauen könnt. So, da kommt auch direkt... Oh. Also, dafür, dass er nur eine Rare spielt, hat er die eine Rare aber auch. Ach komm. Nein. Das ist nicht schon wieder passiert. Haben wir das Spiel nicht schon mal gesehen? heute? Ich glaube, das ist Replay. Weißt du was? Die haben keinen Bock mehr. Die haben uns einfach das Replay reingesendet. Die haben eine Schleife aufgenommen. Da bin ich mir auch relativ sicher. Wie so ein Magenten-Film. Hier ist doch eine Schleife in der Kamera. Aber Christian hat jetzt Delirium. Läuft. Also, Turn 2. Ich hätte die gerne mal in Aktion gesehen. Die ist nämlich echt gut. Ja, dass die aber auch immer direkt removed werden muss, ist eigentlich eine Frechigkeit. Also, da haben wir den Death-Toucher. Okay. Aber gut, wie gesagt, also das Removal ist an sich nicht gut. Von daher, also Christian macht immer ein bisschen Value. Klar, es ist jetzt eine gute Karte, die weggeräumt wurde, aber man manifestiert dafür. Das ist schon auch fein. Da Ormus jetzt kein Mulligan genommen hat, ist er jetzt eine Karte vorne, so gesehen. Ja, genau. Gucken wir mal, wie sich das so ausschäbt hier. Ja, zwei Länder. Nicht, dass Ormus jetzt die Landrops misst. Das wollen wir ja nicht. Das wäre unangenehm. Das wollen wir nicht. Okay, guckt mal. Oh ja, Delirium. Ja, ja, Delirium ist aktiv. Ja, ja. Was hat er denn mit 2 Mana mit Delirium? Oh, direkt den Monsterchen Knuff. Das ist geil. Das ist ein Bite-Spell, der aber bei Delirium zwei Marken auf die Kreatur legt. Das ist ziemlich stark. Das wäre schön vier. Jetzt haben wir ja schon fünf Typen im Grave. Aber bitte Land noch, Ormus. Komm, mach mal Land. Machst du noch Land? Okay, danke. Ich meine, da ist ein 4-4er und der Death-Statcher ist weg. Das ist schon nicht schlecht. Das war das schnellste Delirium des heutigen Tages. Das ist Turn 2 Delirium enabled. Das ist krass. Das ist so ohne weiteres nicht so leicht. Na, da ist der Fight-Spell natürlich. Die Monster's Emergence. Ja, wahrscheinlich wieder ein Fett so. Ja, ja, natürlich. Ja, klar. Der Planes hat. Hat er immer. Äh, schade. Was haben wir gehabt? Oh. Moment. Wäre das sogar eine Kreatur gewesen? Ja, das war eine Kreatur, die man... Die hätte man sogar aufmorphen können. Angst vor... Der Bloßstellung. Der Bloßstellung. Hm. Okay, interessant. Ich glaube, da hätte ich eine Runde gewartet und einfach End of Turn aufgemorpht, anstelle von mit Christian den Death-Statcher umzubringen. Also man hat dann 3 Mana, 5, 4 Trampler. Naja, gut, okay. Man ist halt... Ich weiß nicht, was Christian auf der Hand hat. Wer eine Option? Eine Spinne hat er. Auf jeden Fall schon mal. Ja. Eine Spinne Horror. Baut Druck auf. Ist aber leicht, leicht wegzublocken. Ich weiß noch nicht, was... Die ist halt schon gut. Ist halt irgendwie nicht die klassische Spinne. Nee, genau. Die ist okay. Oh, das ist auch eine gute Rare. Bambi. Bambi. 3 Mana, 3, 3. Vigilance. Und... Alle... Alle deine Kreaturen sind Birds of Paradise. Das ist nett. Das ist sehr nett. Ja. Die Frage ist, tradet man das jetzt direkt gegen die Spinne? Ja, das... Die Frage stellt Christian jetzt auch. Ja. Da muss man theoretisch nicht, aber... Könnte man. Also der Punkt ist, dass wir ja wissen, dass Jens auf jeden Fall einen Sextrop auf der Hand hat. Also tendenziell würde ich jetzt vielleicht noch eine Runde warten und dann einen Sextrop spielen. Verwandelt das alle anderen in Birds of Paradise oder auch selber? Selber auch. Oh ja. Oh ja. Oh, das gefällt mir. Mit Wasser? Ja. Doch, doch, doch. Angriff für 3 und dann den Flyer gedroppt. Oder was der Part? Bisschen risky hier, erst den Angriff für 3 zu machen. Aber okay. Okay, da ist er. 4, 5 Flyer. Ja. Ja, stimmt. Wenn im Combat das Viech dann irgendwie sich verabschiedet und man dann den Sextrop nicht spielen kann, zweite Hauptphase, das wäre wirklich nicht geil. Äh, Christian. So, jetzt setzen wir den Rücken gerade und jetzt nochmal einen rausknattern hier. Komm. Land ist gedroppt. Wir wollen noch ein gutes... Ja, Landfall ist getriggert. Wir wollen noch ein gutes... Landfall ist getriggert. Sehr gut. Ah, okay. Ein Mana. Vielleicht noch ein... Was haben wir denn hier? Okay. Okay. Okay, das ist ein dickes Ding. Mit Monsterchen. Gefällt mir alles nicht. Nicht ob sie Mana... Naja, das ist so Mana-ineffizient. Also einfach stattdessen direkt den Sextrop legen und dann nächste Runde das machen. Naja. Erstmal auch quasi. Genau. Okay, da haben wir jetzt... Ja, ich meine... Ich meine, es ist natürlich schlecht gegen den Removal, aber genau, meistens ist es ja nur Sorcery-Speed. Ja, okay. Dann stirbt... Stirbt die Hand. Tag für drei. Aber macht man die Hand umgebracht und nicht die Binne? Die Hand hat einen Menace. Okay, ja gut. Ja, die Hand hat einen Menace. Okay, Christian darf enttappen. Also wir wissen ja, dass er noch was auf der Hand hat. Ich denke, jetzt sollte die Jens blocken, oder? Also langsam wird's knapp, oder? Sondern es war da nicht nur was mit Richtung Lava-Axt? Ja. Das wird richtig knapp halt. Ja, deswegen... Ja, aber die Lava-Axt kann Christian nicht haben. Die hat er vorher gespielt, weil die macht ja auch dann die Kreatur kaputt. Ach, stimmt. Bei Delirium... Das ist Monsterchen. Und was haben wir da? Ah. Oh, das kostet aber auch nochmal zwei Leben. Uhuhu. Ah, deshalb konnte man nicht blocken. Ah, weil wenn man geblockt hätte, hätte man kein schwarzes Mana gehabt, um den Removal zu spielen. Eww. Stimmt. So ist man dann aber auf zwei. So ist man dann jetzt auf zwei, ja. Tag für drei. Christian hat noch eine Handkarte und ein 4-2-Dude. Ja, jetzt ein Removal. Kleines Dragonfire. Dragonfire wird er, glaube ich, nehmen. Ja, da, glaube ich, kein Vertrag mehr. Das ist es. Der Drache hustet einmal. Weg ist das Ding. 1-1 ausgeglichen. Oh, ich glaube... Ausgeglichen, ja. Aber jetzt ist Jens nochmal on the play. 1-1. Ja, aber knapp. Ah, knappes Ding. Aber gut. Ein Finale soll ja auch über drei Runden gehen. Wir wollen ja auch ein bisschen Action haben hier. Und jetzt mache ich nochmal eben schnell das. Das ist auch das. Das ist das. Rechnest du jetzt quasi... Nee, ich labere dir nicht dazwischen. So, ehrlich gesagt, ist es nicht so unwahrscheinlich. Also gib mal einen Guess ab, wie wahrscheinlich das ist. Wie hoch die Chance ist, dass quasi Christian die eine Rare... Genau, die eine Rare und das dann mit dem einen Removal abgeschossen wird. Der hat ihn einmal im Deck... 3%? Ah, nee, vielleicht 4,5. Ah, okay, okay, okay. Also ist jetzt nicht... Also ich habe schon unwahrscheinlicheres im Magic Business gehabt als 4,5%. Ja, ich auch. Ich habe mal einen 1 zu 100... Nee, 1 zu 50.000 Münzwurf gemacht. Ah, also das war mit diesem Enchantment, das die ganze Zeit kopiert am Ende. Ja, das war... Wirf so lange eine Münze, bis es nicht mehr klappt. Und ich glaube, ich weiß es nicht. Es waren 45 Münzwürfe hintereinander, die ich gewonnen habe oder so. Also unfassbar. Aber da habe ich das gesamte Glück meines Lebens verbraucht bei diesem Enchantment. Okay, Jens macht einen Maligen auf jeden Fall. Ich glaube, Christian auch. Finde ich aber geil, dass du diese Szene kennst, wie ich das mache. Ja, das war so ein rotes Enchantment. Ja, Mirror March war das. Ja, genau, genau, genau. Richtig geil. Finde ich gut. Der Clip hat Runden gemacht scheinbar. Mhm, ja. Davon werden sie noch in Generationen sprechen. Ja. Damals. Damals. Oh, okay. Und dass es zweimal passiert ist, ist übrigens... Ja, 0, also es ist 4% zum Quadrat, ne? Also... Ja. Ja, und nee, jetzt wird es ja das dritte Mal passieren, ne? Ja, ja, also genau, wenn es zweimal passiert, ist es 0,2%. Das hatten wir ja gerade schon, die 0,2%. Genau, 0,2%. Und wenn es jetzt tatsächlich nochmal passiert, dann ist es 0,009%. 0,2%, ja, let's go, das klingt doch mal nach einer kleinen Zahl. Let's go. Okay, da, oh, da ist Tron. Das weiße Mana ist schon am Start. Ja, ja, Tron ist am Start. Na gut, ich meine, Jens ist jetzt on the play, warum sollte er das nochmal so spielen? Na gut, wer weiß, mal sehen. Das letzte Spiel auf jeden Fall. Jetzt geht es um das Display. Das ist schon, das sind schon High Stakes, ey. Da spielt man, also ganz ehrlich, dann spielt man schon mal um ein Display. Das sind schon... Eher seltener, ne? Auf dem Preview. Gibt es meistens nicht noch ein Display am Ende. Ne, genau. Turn 2 Tron ist da. Turn 2 Tron ist da, das Lustige ist, er hat nichts ausgespielt. Christian spielt... Christian Nesting Doll. Komm, komm. Die Puppe, Mana-Puppe. Für... Für den Content. Für die 0,09%. Tu es. Ich glaube, er macht es extra nicht. Er hört mit und macht es jetzt extra nicht. Oh. Oh. Man, unlucky. Ja, eine manifestierte Kreatur, nochmal manifestieren, das bringt ja nichts für Jens. Schade. Er hat das Removal natürlich auf der Hand. Ne, weiß ich. Ja, ja, klar weißt du das. Klar. Du hast ja eine direkte Funkverbindung zu der zweiten Kamera, die Jens immer nur dir hinhält. Ne, das wissen die gar nicht, aber ich höre über... Nein. Ach so, okay. So, gucken wir mal, was haben wir denn da jetzt? Den gewitzten Geschichtenerzähler. Na jo, 3-3 überleben mit 1-1-Marke, ne? Mhm. Ja, ist eine solide Karte. Ja. Nicht übertrieben, aber solide. Ist halt eine Karte, die man ganz gut Dragonfeiern kann. Definitiv. Ich finde die Survival-Kreaturen echt gut. Also die Mechanik an sich gefällt mir echt gut, wollte ich damit sagen. Also diese Convogue oder... Da kann man geile Sachen mitmachen. Aber kann auch gut gedragonfeiert werden, wie du gesagt hast. Perfekt. Ja, genau. Du hast aber auch so eine direkte Verbindung zum Ormus, oder? Ja, also Christian, der zeigt mir immer seine Draws direkt, ja. Okay. Ich meine, ist jetzt auch wieder nicht so super Mana-effizient gewesen, ne? Mana offen lassen, aber ist, glaube ich, schon okay, dass man die Kreatur wegmacht, weil angenommen, du würdest halt irgendwas legen und der Gegner removt das und dann kommt der Trigger und dann ist er 4-4 und dann kannst du nicht mehr Dragonfeiern. Genau. Also musst du wahrscheinlich jetzt schon machen, also... Ich denke auch. Das war auf jeden Fall akzeptabel, ja. So, 3 Mana. Da suchen wir uns jetzt ein Land raus. Einmal geramped. Das ist das... Das ist das Gewächshaus oder so. Und das kann halt auf der anderen Seite, die 6 Mana kostet, manifest dreaded man und bekommt 3 Marken da drauf. Also du kriegst ein 5-5er für 6 Mana. Ja, in Summe ist okay, ne? Genau, in Summe ist okay. Kann man ein bisschen mit den Adventure-Karten aus Eldraine vergleichen. Wobei ich finde, die Adventure-Karten hatten allgemein ein bisschen stärkere Effekte. Ja, würde ich auch sagen. Aber die Türen sind immer so 2-4-1 auf einer Karte. Es ist nicht schlecht im Limited. Ja, würde ich auch sagen. Ja, ist schon nice. So, Christian hat jetzt 4 Mana. Und das ist halt eigentlich da, wo Christian noch sein will. Also Christian ist auf dem Board vorne. Und kann jetzt gleich einfach gut seine Removal leveragen. Aber ich meine, jetzt macht er halt einfach, macht er einen 2-Drop. Genau. Der 2-Drop auf der 4. Und nichts anderes. Da muss jetzt aber mindestens noch ein Dragonfire dahinter sein, oder? Hat er denn 2? Das weiß ich nicht. Ich glaube, der hat nur 1. Das ist nur 1? Ja gut, schade. Aber er hat noch was Besseres. Er hat noch Betrayer's Bargain. Das ist 5 Damage. Für 2 Mana. Okay, jetzt kommt aber wahrscheinlich irgendwas Dickes hier. Oh ja, der Ballast. Den kann man auch gut Dragonfeiern. Christian hat vielleicht diesen 5 Mana Damage Spell. Das Gute an dem ist der Exide auch. Also den 5 Damage Spell, Entschuldigung. Der Exide auch, aber man müsste dafür halt eine Kreatur opfern. Das ist halt die Frage, ob es das wert ist. Wahrscheinlich nicht, okay. Oh. Ja. Jetzt wollen wir mal was ordentliches sehen hier bei Ormus. Fünftes Land. Und dann mal ein Five Drop oder so. Nicht so klein Zeug jetzt. Fünftes Land. Äh, Forest. Das ist doch genau das nicht, das was ich gesagt habe, ja. Oder kommt das klassische auf ein T-Shirt? Land auf Deckung Smash? Nee, okay. Nee. Smash, aufdecken, Alter Nack. Okay. Auch nicht schlecht. Neun. Kleiner Schuss. Ja. Ja. Wie sitzt der mit, war das denn jetzt auch noch, nee, ist kein Delirium leider, ist nur ein Attack für vier. Und ich glaube, ja okay, Jens hat nur den Balustradenwurm im Gleichwert, das heißt, der kommt auch erstmal nicht wieder. Ja, aber Ormus hat auch wieder drei Mana nicht genutzt, schade. Hat aber noch zwei Handkarten. Also eine kennen wir ja offensichtlich, das ist Alter Nack, das heißt, er braucht jetzt ein, also Länder sind jetzt sogar gut. Genau, Länder würden immer noch was machen, alles andere ist halt Action. Einmal manifestiert bei Jens. Ist nicht schlecht, weil er hat jetzt dadurch Sorcery und Lande in den Graveyard gelegt, also ist jetzt von eins Delirium auf drei Delirium gekommen. Oh ja. Ja. Passed in turn, das war's schon. Ja, wie gesagt, für Christian sind Länder und Spells gut. Weil wenn Alternac liegt, also den muss, der wird auch nicht so super leicht zu Removeren sein. Wobei, Okay, also Jens hat zwei Removal für den. Im Deck aber. Im Deck, ja, 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 genau. Nee, das stimmt gar nicht, er hat fünf Removal im Deck für den, theoretisch. Weil er hat selber einen Alter Nack und halt dreimal diesen Byte Spell. Also er muss Alter Nack auf der Hand haben, um ein Damage zu machen. Ja, okay. Manifestiert war ein Land, da war nicht viel mit aufdecken. Mhm, zwei kommen durch. Jetzt komm, Ormus, Followerplay. Das muss jetzt sitzen. Okay, es ist ein, das ist ein Doge. Zerweil, tja. Lässt er oben. Da ist ein Land, könnte das, okay, dann würde es wohl ein Land gewesen sein. Das ist ein anderes, kann ich mir nicht vorstellen. Oder ein guter Sextrop. Weil wir wollen ja Alter Nack nächste Runde legen. Okay, also Jens immer noch nix auf dem Board, außer möglicherweise einen manifestierten 5-5 wargleich. Ja, er cyclet den Land-Dude weg. Okay, und spielt zwei Damage auf den Hund. Dann kommt nochmal Surveil. Das ist natürlich gut, weil dann verliert man einmal Surveil quasi. Zu Beginn, den eigenen Zug. Jens ist dran. Vier Mana. Der wo? Geht der? Achso, Instant Sanctuary Land Kreatur. Ja, okay, das funktioniert. Der hat jetzt allerdings eine Finality-Marke. Also, wenn der jetzt nochmal gehen sollte. Das wäre eventuell auch ein bisschen gut, wenn man den immer unendlich auch wiederholen kann. Eventuell, ja. Weil gibt es mittlerweile eine Regel an der Finality-Marke, wenn die Marke an sich entfernt wird, dann passiert nichts mit dem Monster, ne? Genau, also wenn die Marke nicht mehr da ist, dann weiß das ja keiner. Ne, also wenn man so eine Glisser hat oder irgendeinen Effekt mit, nehmen eine Marke runter, dann könnte man auch eine Finality-Marke davon runternehmen. Und wenn er stirbt, kann man ihn wiederholen, oder? Ja. Ja, genau. Oh, nett. Ich meine, du kannst ihn auch bouncen, oder so. Spür auch, genau. Dann ist die schnell, dann geht's auch. Ach, dann ist er ja wieder auf der Hand. Das ist ja blöd. Das ist ja. Attack für zwei. Attack für zwei. Blockt der wo? Also, Instant Sanctuary Kreatur Land. Ja, ne, geht ja nicht. Das ist Dead Man. Das ist jetzt dadurch, dass eine Kreatur im Graveyard liegt. Ach, Dead Man. Das ist okay. Ja. Ja, Land Alternack. Ne, ah, okay, gut, dem, ja, 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 okay. Das Monsterchen, der ist auch bedrohlich. Der ist, die sind, das sind zwei Lethal-Kreaturen mit Menace. Mhm. Das sind zwei Lethal-Kreaturen mit Menace. Das ist ziemlich gut. Das ist ziemlich gut. Okay, jetzt ist es, oh, der hat, ah, der hat Alternack. Mit dem Schuss. Ja, und damit ist eine dieser, okay, jetzt muss er noch ein Blocker. Er hat einfach zwei Mal den Schuss mit Alternack. Doppelschuss ist ja krass. Das gibt's ja einfach nicht, ey. Und er braucht halt auch Alternack, weil sonst macht er halt nicht sechs Schaden genug. Okay, Christian, Land von oben für Alternack? Wäre ein Anfang. Das ist ja crazy. Abgefahren, ey. Aber ich meine, Spell ist ein Spell, Land ist ein Land. Ah, das ist ein Land, okay. Land ist ein Land, 9-9, Trampel. Ui, 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 ui. Ich meine, Jens hat halt den, Jens hat... Nee, dem fehlt ein Land, ne? Ja. Der hat nur fünf. Und der Ding ist halt 9-9. Aber er könnte noch mal das dritte Mal den Schuss ziehen. Nee. Nein, During Vitality. Ah, er hat tatsächlich den Eimann... Nee, okay. Oh, das war aber... Er hat aber genug Power Toughness. Man kann alle reinhalten und traden, ne? Aber das war nicht so gut gespielt. Ja, gut. Naja, gut. Hat er eine Marke gemisst, aber das ist nicht so schlimm. Attack. Attack, ja sicher. Und jetzt ist ein Triple-Block. Wahrscheinlich, ne? Trampel. Ja, muss er. Ja. Oh, nee, er tradet einfach gegen alles. Und legt einen 5-4er nach. Ding, du strong. Ja, wobei der 1-3 überlebt, glaube ich, oder? Nee, 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 doch nicht. Nee, der ist 1-1 gewesen. Also eine von seinen Kreaturen hätte überlebt, wenn er eine Marke verteilt hätte. Aber er hat die Marke nicht verteilt. Mhm. Hat er wirklich den dritten Schuss gezogen? Nee, okay, Death Touch. Das reicht. Todesführung geht auch gegen. Okay, Death Touch geht, ja. Okay, Christian. Ist das gut? Jo, das ist ein gutes Match. Come on, Christian. Do it. Removal is lethal. Wahrscheinlich. Das ist wie ein Land. Ich glaube, er liest nochmal durch. Ja, ich meine, man könnte angreifen. Er greift an. Er greift an. Er ist, glaube ich, okay, weil man manifestet, ja. Ja, ja. Und da könnte er jetzt auch wieder eine... Ja, ich meine, mit so vielen Ländern ist Manifest halt auch nicht so scheiße. Okay. Und er legt die doll weg. Wow. Ja, okay. Okay. Und nochmal... Oh, das ist nicht schlecht, weil er kann jetzt sogar... Er kann jetzt den Raum zerstören. Ja. Er zerstört jetzt den Raum, der sonst manifesten könnte, wenn er zwei mehr bezahlt. Ja. Das heißt, der Raum geht in den Graveyard. Oh, heißt auch ein potenzieller Blocker weniger für Jens. Ein 5-5 war weniger, ja. Okay, ja, 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 ja. Ich meine, Jens hat doch nur noch Alternag auf der Hand, oder? Ja, und das... Er hat ja noch eine andere... Ich weiß es nicht. Sechs Mana? Nein, der hat nur ihn. Nur noch Alternag. Ja. Ich glaube, das ist der... Das ist das Ding. Oh mein Gott. Der Ohr muss... Abgefahrenes Match am Ende. Für fünf. Jetzt dreh mal um. Du musst die umdrehen. Ja, okay. Ah, es war der 5-4er. Okay, ja, gut. Das ist auch gut. Ja, 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 ja. Okay, gut. Die Angst vor der Bloßstellung. Boah, gut. Game. Ja, geiles Game am Ende. Hammer gespielt von Jens. Also super, super stark. Für das zweite Event. Ich meine, Jens war jetzt zum zweiten Mal mit dabei. Also spätestens im nächsten Event, wenn er dann nochmal mitspielt. Das ist sehr gefährlich. Er wird ja immer besser. Schöner zweiter Platz. Schönes Deck. Gut gespielt. Ja, würde ich auch sagen. Und dann Ormus. Ey, Hammer. Crazy. Ja, sehr, 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 sehr schönes Finale. Also sehr würdiges Finale auch. Also drei Games, voller Distanz. Ging immer hin und her. Ormus einfach schon vorne. Dann Jens so, ja, ich hab aber noch Alternack und zwei Schüsse. Und dann sind deine Kreaturen wieder weg. Und dann geht alles wieder von vorne los. Und uiuiuiuiuiuiui. Ja, sehr schönes Match, ey. Das war gutes Limited. Das war einfach sehr gutes Limited. Kann man nicht anders sagen. Hat mir auch sehr gut gefallen. Relativ schnell heute alles. Gut, wir hatten viele 2-0-Matches. Deswegen war, glaube ich, das Event insgesamt ein bisschen schneller durch. Aber auch recht knackige Matches. Also wenn einer dann mal vorne... Man kann schnell das Spiel beenden. Wir haben bis zu 9-9, ja. Hier, Dennis hat vorne Leute mit einem 7-7er-Fernseher verprügelt oder sowas. Ja, ja, ja. Der 7-7er-Fernseher war auch dabei. Da waren schon sehr geile Sachen mit dabei. Also gefällt mir sehr gut. Also so auf den ersten Blick. Dasgmon doch. Ja. Hat überzeugt. Ja, fand ich auch. Hat mich auch überzeugt. Also es hätten ein bisschen mehr Dämonen da sein können. Schwarz war ein bisschen underrepresented, fand ich. Es war so grün und weiß und rot. Aber so, weißt du, so einen richtig schönen, gemeinen Erzdämonen. Klassischen Dämonen. Den hätte man so im House of Horror schon auch mal... Ich meine, der Fernseher, der animiert ist, okay, ist auch schon Horror, sehe ich ein. Aber da wäre noch ein bisschen was gegangen. Aber trotzdem, also gute Games, gute Decks. Hat Bock gemacht, auf jeden Fall. Ja, war nice. Und unwahrscheinliche Lines. Also Turn 2 doll into Turn 1 kaputt machen. Das Removal, ja, das war auch wild, dass das zweimal hintereinander passiert ist einfach. Richtig gut. Richtig gut. Muss man erst mal so richtig sacken lassen. Aber ich kann es mir ja immer noch mal im Schnitt noch mal anschauen. Deswegen richtig geil, dass es gute Sachen passiert. Du lucky Typ. Kannst du dir das noch mal im Schnitt angucken? Ja, wäre das nicht so unendlich viel Arbeit. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja, genau, eben. Ah, das gehört dazu. Richtig geil. Außerdem werde ich ja immer noch belohnt, dann am Wochenende selber mit einer Runde Commander spielen. Mit den neuen Decks. Commander-Runde. Ja, ja. Morgen direkt, oder? Wann startet? Oder macht ihr Sonntag? Wir machen Sonntag dieses Mal die Aufnahme. Okay, okay, okay. Richtig geil. Also freue ich mich auch schon drauf. Dann selber da mal mitzocken zu können. Dann auch, wenn die Sachen in Arena rauskommen. Ich meine, jetzt ist erst mal Pre-Release-Wochenende. Erst mal Pre-Releases zocken. Du bist heute auch noch Pre-Release-Spiel. Nachher noch, ne? Genau, richtig. Den abendlichen Pre-Release nimmst du noch mit, ne? Ich mach, richtig. Ich nehm noch den abendlichen Pre-Release hier im Local Game Store in Münster mit. Haben die auch schon Bock drauf. In LGS vorbildlich. Die haben den sogar, also die haben den sogar netterweise ein ganz kleines bisschen nach hinten verschoben für mich. Also, oder, also glaube ich. Also, sehr, sehr cool. Nicht nur für dich, für uns. Ja, 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 genau. Sehr, sehr cool. Ja, absolut. War geil. Jetzt verschieben wir schon andere Events mit unserem Event. So weit ist das hier schon gekommen, ne? Ja, es ist halt einfach wichtig. Was soll man sagen? Das ist einfach ein wichtiges Event hier. Das Spell-Table Pre-Release ist einfach immer gut. Macht immer Bock. Die Leute showcasen halt die neuen Karten. Man kriegt schon mal so einen Eindruck von Duskmorgen. Ist eigentlich geil. Ist richtig gut. Ja, ne? Also, ich bin auch großer Fan. Ich sehe jetzt gerade auf dem Discord, alle Leute haben sich schon im allgemeinen Raum versammelt. Die wollen wahrscheinlich nochmal alle hier in den Stream kommen und Tschüss sagen und kurz Feedback geben, wie ihnen die Traditionen gefällt. Das machen wir doch auch, oder? Das sollten wir machen, oder? Ich finde auch, dass wir Christian zumindest auch nochmal so eine kleine Gratulation... So eine richtige Gratulation, ne? Ja. Ja, eine kleine Gratulation sollte man Christian schon geben. Die hat er verdient. Finde ich auch. Ich versuche dann hier mal so optisch ein kleines Bild vorzubereiten, Kai. Ich mache mal hier einmal den Block im Event rein. Dann darfst du nämlich schon mal aus der Moderation rüber. Kannst schon mal Bescheid sagen, dass ich gleich rüberkomme. Ich baue kurz quasi die Szene auf. Und dann... Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Ja, Leute, dann holen wir mal hier den Rest der Crew dazu. Würde ich mal sagen. Da, Mr. Mito redet noch. Mr. Mito. Hi. Wir wollten doch noch eins aufmachen. Ja, wir wollten doch... Genau. Ja, ich beeile mich ja schon. Ich beeile mich ja schon. Oh, ich bin... Ich habe vor allen Dingen gar keine... Ich habe vor allen Dingen gar keine Kamera an sich gerade. Das ist ja... Ja, Fortsetzungen brauchen halt manchmal ein bisschen länger. Ja, die Hauses brauchen keine Kamera mehr. Das ist doch... Warte mal. Ich kriege meine Kamera auch nicht mehr aus dem Stream raus. Das ist alles eingebunden. Ah, warte mal. Meine ist auch noch in Dings drin. Ja, okay. Ne, Kai? So viel zum Thema. Kann man ja mal eine Kamera an. Ja, ja. Es ist gut, dass wir immer mit Profis zusammenarbeiten. Das ist echt beruhigend. Ja. Zum Glück macht er das nicht beruflich. Da ist er. Ja, diese Virtual Cam, das ist einfach zu hoch für mich. Ja, ja, ja. Es macht Köpfe kaputt manchmal. Ja, das ist einfach zu crazy. Glück gehabt. Jo, jetzt erst mal nochmal Christian. Gratulation Platz 1. Sehr schön. Ja, mega, mega nice. Ich habe es schon gesagt zu Christian. Aus dem Podcast frisch gemischt, habe ich gehört. Können wir ein Giveaway draus machen für den Podcast, ne? Podcast, Giveaway. Geil. Ey, richtig gut. Ja, lass ich dir dann zukommen auf jeden Fall, Christian. Dein Gewinn. Natürlich. Ist dann nächste Woche irgendwann am Start. Aber ansonsten würde ich von den anderen auch ganz gerne mal hören, wie hat euch denn jetzt das Morn gefallen? Wie ist der Flavor? Wie spielt es sich? Wie ist so das Limited? Also, ich wurde gerade Turn 4 von Arabella getötet. Nett. War toll. War toll. Kann ich empfehlen. Hallo. Das war ich. Entspannte Talkshow, oder wie? Ich hätte es euch gerne auch vor der Cam gezeigt. Leider musste ich Runde 2 ausfalten. Dann hat es nicht der Fisknale gereicht. Ja, ja. Oh Gott. Sagt das nicht zu laut. Nee, aber Marco, also... Nächstes Mal wieder ran hier, ne? Flo, also... Das habe ich als Einladung verstanden. Das beste Zeichen für das Sealed ist, dass man tatsächlich mit einem relativ straightforward Roll-Beatdown-Deck gewinnen kann. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Und das ist nicht irgendwie von irgendwelchen anderen Bomben, dass man gar nicht durchkommt mit so einem Deck. Ja, weil effektiv hattest du eine Real-Deck. Habe ich das richtig im Kopf? Und zwar die eine Puppe, die Jens auf magische Weise immer turn 1 zählt. Das war krass. Das war geil. Ja, das stimmt. Ich möchte noch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Kai kam vorhin in unseren Discord-Call und sagte, ich gucke mal durch die Decks. Ach, Christian, das ist ja richtiger Trash hier. Wollte ich einfach noch mal kurz erwähnt haben. Da ist es wieder. Zum Anheizen. Zum Anheizen. So, wir gehen dann jetzt mal und dann... Ja, das war ja quasi... Genau. Es hat sich ja so durchgeschaut. Es sollte ja auch noch nicht offensichtlich werden, dass Christian das heute gewinnt und so. Genau, eben. Also das war so ein bisschen Banter einfach, wie man das halt so macht. Also ich meine... Ja, wir werden uns schon wieder an einem Cube-Draft mal treffen. Und dann habe ich mir das gemerkt. Dann zeigt er dir, was bei richtiger Trash ist. Ja, Trash wird dann gemacht hier. Aber vielleicht noch mal zurückzukommen auf Sealed. Ich habe jetzt auch, als ich nach den Runden ein bisschen mit euch noch gequatscht habe, gemerkt, es gibt doch die ein oder andere Unplayable Rare. Mit sechs schwarzen Pips und so. Ja, die sechs schwarzen. Die kann man aber auch schon spielen. Ja, den musst du reanimaten. Den musst du reanimaten. Ich wollte gerade sagen, ich habe drei Reanimater. Das sprechen die Vintage-Cube-Enjoyer auf jeden Fall, ja. Wenn man jetzt voll ist von reanimaten. Ja, absolut. Also wir hatten auch im Early Access ein sehr, sehr cooles Reanimate-Deck. Das hat gut work gemacht. Zug 2-Doppel-Dark-Ritual würde doch auch gehen. Ja, stell dich ruhig bloß. Starkes Schicksal. Nee, den hätte ich wohl auch nicht gespielt, diesen Dämon. Aber ich glaube, hier ... Ich meine, Rami, du hattest ja auch diesen 10-1er da. Ja, den hatte ich doppelt. Ja, auf jeden Fall fand ich es sehr schade, dass du den nicht gespielt hast. Ja, aber ... War vermutlich eine falsche Entscheidung, ja, genau. Hattest du nicht einfach Temur spielen können? Jo. Also Temur, Splash für den blauen Typen da, fertig. Ah, nice. Guck mal, wir haben Hanna ja noch gar nicht gesehen. Ey, cool, Hanna, dass du mal mit Cam am Start bist. Ja, ich hab aber schon Perücke weg und so. Da ist kein Problem, wir sind ja hier schon in der Nachbesprechung. Hanna und ich haben auf jeden Fall noch versucht, so witzige Discord-Selfies von uns zu machen, wie wir uns gruselig angucken. Oh, geil. Sehr gut. Gibt's dann noch bei euch dann zu sehen, auf den Socials wahrscheinlich, ne? Ja, geil. Ich hau auch noch mal ... Spoiler, es sieht gruselig aus. Das glaub ich. Ich hau noch mal für alle im Chat hier die ganzen Socials noch mal rein, mit Ausrufezeichen wer. Da können sich noch mal alle gerne durchklicken. Noch mal ein Follow da lassen. Ja, und vielleicht auch noch mal ein Giveaway mitmachen, ne? Das geht natürlich auch immer. Ja. Ja, läuft. Ey, Leute. Ja, vielen Dank wieder fürs Teilnehmen auf jeden Fall, dass wir mal hier die Kartenreaktion sehen konnten. Danke für die Einladung, ja. Herzlichen Dank. Immer gerne, immer gerne. Ja, in dem Sinne noch ein Wund ... Oh. Ja, wunderbar. Jetzt, danke. Sauber. Jetzt erkenne ich's auch. Ach so, okay. Da kann ich wieder ... So gut. So gut. Christian, wo ist denn deine Maske? Aber Kai verkrafte das nicht nochmal. Ja, nee, 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 nee. Nee, 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 das ist zu heftig. Ist zu heftig. Die ist wirklich ... Die ist schon ... Komplett heftig. Geil. Ja, komplett heftig. Ist eher Secret-Lehrmaske, ja. Ja. Ach so. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, auf jeden Fall, vielen Dank für euren Einsatz. Vielen, vielen Dank. Und ja, an alle. Nun, wunderschönen Freitag. Ein schönes Pre-Release-Wochenende, Leute. Oh ja. Wir sehen euch. Viel Spaß natürlich. Macht's gut. Tschüss. Danke euch. Tschau.